Hallo zur neuen Episode von Immer schön freundlich, wobei, warte mal, das war die falsche Kopie. Heute zu Gast Niklas Bock von Immer schön freundlich, das ist die richtige Lein. Und damit Hello beim What is Los Podcast. Mein Name ist Sören und auch in Folge 6 von Staffel 2 habe ich mir wieder einen spannenden Gast ans Mic geholt. Naja, also bei Niklas war mir schon frühzeitig klar, dass ich gerne mal mit ihm plaudern wollen würde. Ich hatte ihn auch schon für Staffel 1 auf dem Zettel gehabt, ehrlich gesagt, aber irgendwie nicht so richtig getraut oder noch nicht so den richtigen Ansatzpunkt gehabt, weil man ja oft bei einem Gespräch, bei einem Interview auch so diesen einen markanten Punkt hat, den man gerne herausarbeiten wollen würde und der war mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Jetzt durch seine Veränderungen in die Selbstständigkeit hat es sich für mich nach dem richtigen Zeitpunkt angefühlt zu fragen und ich finde, es ist ein sehr, ja, ich weiß gar nicht, schon ein anderes Gespräch als die anderen geworden. Ich kann es gar nicht so richtig einordnen und ich habe bewusst einfach mal jetzt die ganze Aufnahme reingenommen, um nichts aus dem Kontext zu reißen und einfach dir ungefüttert zu zeigen, worüber wir gesprochen haben. Teilweise sind wir auf jeden Fall sehr abgedriftet und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch viel mit Triathlon zu tun hat. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge Real Talk, wie man so schön sagt und auch viel Raum für lautes Denken. Jo, eine letzte Sache noch. Wundert mich nicht, dass ab und zu mal Niklas Stimme ein bisschen verzerrt ist. Warum das ist, wissen wir ehrlich gesagt auch nicht. Ist auch noch nicht so passiert. Ist zum Glück auch nicht oft und auch nicht lange jeweils, deswegen hoffe ich mal, dass es zu verschmerzen ist. Also ich bin gespannt, wie du die Folge findest und damit zoomen wir jetzt mal ins Gespräch rein. Niklas, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wann wir zum ersten Mal Kontakt eigentlich hatten. Ich habe mich daran erinnert, nachdem du das nochmal in irgendeinem Kommentar geschrieben hast, dass das auf Rügen gewesen ist, vor dem Ironman 73, wo ich mit Nils Frommholt gewesen bin. Und ich meine, du hast ein Gewinnspiel damals irgendwie initiiert und hattest dann eben Profis angefragt, ob sie das irgendwie streuen können oder ob sie Teil davon sein können. Und weil ich damals noch für die Sachen Ansprechpartner bei Nils war, hatten wir, glaube ich, da Kontakt. Ja, das ist perfekt eigentlich zusammengefasst. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal, das in Rügen war ein bisschen später, ich glaube 2017 oder 2018. Da hatten wir uns dann live gesehen, aber ich glaube nicht so richtig gesprochen. Und das andere war völlig richtig. Meine damalige Trivision-Kampagne, das hatte ich mir damals ausersponnen und genau Nils angeschrieben. Und dann hast du mir zurückgeschrieben und ich fand das total klasse damals, dass überhaupt da geantwortet wurde. Und du da ja auch dir, ich habe mir nochmal die ganzen E-Mail-Verläufe angeschaut, sehr, sehr ausführlich auf meine extrem überladenen E-Mails geantwortet hast. Schön zu hören. Ja, was nicht selbstverständlich war. Und damals hatten wir danach noch so ein bisschen geschrieben und wir hatten auch so, da warst du in dieser Phase, wo du, ja, du hast halt, glaube ich, einige Athletinnen gemanagt und wolltest vielleicht auch so wieder Profi werden, beziehungsweise hast damit geliebäugelt. Und ich habe, ja, wir hatten kurz im Vorgespräch, hatten wir über die Plattfuß-Folge geredet und da fiel das Wort Findungsphase. Und als ich damals mit dir geschrieben hatte, ich kann mich noch wirklich sehr gut daran erinnern, dann saß ich in so einem Berliner Café und dann hast du mir so geantwortet dann noch einmal und dann hatte ich so das Gefühl, Mensch, da sucht jemand noch nach dem Richtigen. Und würdest du sagen, du bist jetzt angekommen? Ja, die Frage ist ja immer, wo? Also, wo bin ich angekommen? Ich mache im Moment zu 100 Prozent Sachen am Tag, die mir Spaß machen und das fühlt sich jetzt für den Moment gut an. Und für den Moment möchte ich da, wo ich gerade bin, erstmal nicht mehr weg. Also, von daher bin ich, wenn es darum geht, ob man Spaß an dem hat, was man tut, so gesehen angekommen, ja. Aber ich war es, das heißt nicht, dass ich vorher irgendwie das Gefühl hatte, ich wäre nicht angekommen oder so. Ist ja auch immer so eine, ja, so eine Phrase. Aber das ist schon interessant, was du sagst mit dem Spaß. Das nimmt mir nicht schon die nächste Frage vorweg. Und zwar habe ich das schon einmal in diesem Podcast hier einer Athletin gestellt. Das ist eine relativ abstrahierte, einfache Frage, die aber, glaube ich, schwer zu beantworten ist. Warum machst du das, was du gerade machst? Jetzt hast du das schon mit Spaß beantwortet. Ich würde mal den zweiten Teil der Frage noch hinterher schieben. Warum erst jetzt? Gefühlt habe ich eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß macht und habe mich davon auch dann so lenken lassen und habe halt nach dem immer gesucht und mich dann auch immer, wenn ich mich für eine Sache entschieden habe, vor allen Dingen davon leiten lassen, ob mir das halt Spaß macht, also ob es mich interessiert, logischerweise, aber halt auch, ob ich glaube, dass mir das Freude bereitet, das, was ich da mache, wo ich meine Zeit damit verbringe. Und jetzt ist es, also die Frage hört sich so ein bisschen so an, als hätte ich vorher die ganze Zeit Sachen gemacht, die mir keinen Spaß gemacht hätten. Das war nicht so. Ich mache jetzt nur die nächste Sache, die mir Spaß macht, weil die Sachen davor irgendwie abgenutzt waren. Also, das ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Meine Schwester hat früher mal in so einem Sonntagscafé gearbeitet, wo so Sonntagstorten verkauft werden. Und das war so das beste Café in der Gegend. Und sie konnte dann immer, wenn sie fertig war in dem Café abends, den Kuchen, den sie haben wollte, der übrig geblieben ist, mit nach Hause nehmen. Das war am Anfang super. Du konntest gar nicht genug von dem Kuchen bekommen. Aber nach dem dritten, vierten, fünften Mal ist der Kuchen dann halt immer länger da stehen geblieben und dann auch zu Hause nicht mehr weggekommen. Das verliert halt alles so ein bisschen mit der Zeit seinen Reiz. Weißt du, wenn du immer das Stück Kuchen haben kannst, wonach dir Lust und Laune stehen und das auch noch umsonst und das so oft, wie du willst, dann ist das am Anfang super. Und irgendwann denkst du dir so, ja, okay, weiß ich jetzt auch, wie der Kuchen schmeckt. Und dann erfüllt einen das auch nicht mehr. Ja, und so kann man das jetzt dann vielleicht darauf übertragen, was ich dann gemacht habe in der Vergangenheit. Und jetzt habe ich halt irgendwie das Nächste gefunden, wo so Spaß und Freude auf jeden Fall wieder ganz weit vorne auf der Liste stehen. Ja, genau. Ja, ich habe damals oder früher in der Studiumszeit auch für einen Pizzaservice gearbeitet und kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sich extrem gefreut hat über die ganzen Pizzaslides da zum Anfang und zum Schluss da hast du einfach nur noch gestunken und die ganze Bude war voll mit Pizzaduft, wie auch immer. Du hast ja, ich glaube, du bist auch jemand, der vielleicht nicht ganz so viel immer in der Vergangenheit rumwühlen will oder rumdenken, weil jetzt ist halt auch sehr, sehr spannend, die aktuellen Sachen. Dennoch noch einmal da nachgehakt. Ich konnte mir, ich habe, also man verfolgt das ja, glaube ich, oder viele verfolgen das, glaube ich, von außen. Und dann kennt man, glaube ich, so diesen Moment, wenn man weiß, da steht eine Veränderung an und jetzt kommt es ja dazu, dass du das dann den Personen mitteilen musst. Und da muss ich leider eingestehen, dass ich da auch jemand bin, der da extrem viel vorher grübelt und wahrscheinlich zu viel grübelt und das definitiv noch lernen muss, das vielleicht auch vorher abzustellen. Wie war denn das für dich dann, als du dann sozusagen das Nick mitgeteilt hast, dass es eben dann nicht mehr ist? War das für dich ein schwieriger Prozess oder konntest du damit schon ganz gut umgehen? Also grundsätzlich glaube ich, dass es erstmal gut ist, wenn man sich Gedanken vorher macht, bevor man irgendwas sagt. Also ich weiß nicht, ob man zu viel grübeln kann oder so. Man kann Sachen wahrscheinlich kaputt denken. Grübeln ist ja sozusagen, dass du immer wieder einen Gedankengang hast, aber du kommst nicht zu einer Lösung, weil du immer stoppst und Angst hast vor einem bestimmten Gedanken, Weiterführung. Und das ist ja dann schon, würde ich sagen, nicht wirklich produktiv. Das stimmt. Ich glaube, dieses Grübeln, das dich nicht irgendwie weiterbringt oder was dir jetzt nicht unbedingt dabei hilft, so einen Gedanken klar zu bekommen oder so in Worte zu fassen, dass du dann auch ausdrücken kannst, was du dem anderen mitteilen möchtest. Das ist natürlich dann irgendwie was, was nichts bringt. Aber ich glaube, wenn du für dich eine Entscheidung getroffen hast, was auch immer das sein mag, dann geht es ja schon auch darum, dann ehrlich zu sein mit den Leuten, die diese Entscheidung auch betreffen. Also sagen wir mal jetzt, wenn es darum geht, wo starte ich meinen nächsten Triathlon, dann ist das erstmal egal. Dann kann ich sagen, okay, ich fahre jetzt an dem Wochenende dahin oder dahin oder ich fahre nirgendwo hin. Dann betrifft das erstmal relativ wenig Leute. Aber wenn es dann irgendwie Beziehungsthemen in Anführungszeichen sind, also das kann auch ein Arbeitsverhältnis sein oder halt so das Private, dann ist ja logischerweise auch immer mindestens ein Gegenüber betroffen. Und da ist es dann irgendwie einfach fair, glaube ich, dann auch ganz offen zu sein und nicht anzufangen, sich irgendwas auszudenken oder sich halt dann Gründe zu suchen, die man halt mitteilen kann, damit es irgendwie möglichst angenehm ist, aus so einer Situation dann rauszukommen. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht an der Tagesordnung, auch bei mir nicht solche Gespräche zu führen oder so sich dann zu verändern und andere Leute da dann durch diese Veränderung auch zu beeinflussen. Aber jetzt vor dem Gespräch mit Nick, da hatte ich schon auch viel draus gelernt, wie mit mir umgegangen wurde, wenn bei jemand anderem eine Veränderung stattgefunden hat. Also als Jan Peiniger beispielsweise damals bei Pushing Limits aufgehört hat, war er ja auch in der Situation, dass er sich verändern wollte oder eine Veränderung haben wollte und bei Pushing Limits sich nicht mehr gesehen hat. Und dann ist er ja mit mir auch entsprechend umgegangen, war ehrlich, hat mich irgendwie abgeholt, hat die Situation erklärt und da habe ich halt gesehen, okay, dann kann ich das verstehen. Dann hat das bei mir irgendwie zu einer Stimmung gesorgt, die irgendwie in Ordnung war. Also ich habe mich jetzt nicht darüber gefreut, dass er aufhört, aber ich habe es verstanden, warum es so ist. Und aus der Situation habe ich halt gelernt, dass sich das dann gehört irgendwie, den anderen auch dann wirklich komplett ins Bilde zu setzen mit allem, was dazugehört und irgendwie keine Bereiche auszuklammern und wirklich so alles mitzuteilen, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Weil am Ende bleibt dann ja nichts anderes als ein gegenseitiges Verständnis. Und ich glaube, das hilft dann auch, um sowas dann wirklich auch aufzulösen, sodass es okay ist. Also das ist halt, es ist ja nichts, wo man sich gegenseitig provoziert oder dass irgendwas in die Brüche geht oder so, sondern wenn der eine sich verändern will, dann ist das in Ordnung. Und dann hilft das aber auch, ist es nur dann fair, das auch mitzuteilen, warum es so ist. Also dieses Sprichwort, Reisende soll man nicht aufhalten, das habe ich in meinem Leben schon ziemlich häufig gehört. Und ich habe das wahrscheinlich, also ich war öfter der Reisende, anstatt derjenige, der irgendjemand hätte aufhalten können. Aber von daher habe ich irgendwie gelernt, mit den Situationen dann umzugehen. Halt auch beispielsweise, weil ich es selber erlebt habe. Aber darüber nachzudenken, was sagt man und wie sagt man es und welche Informationen möchte ich da weitergeben und so. Das ist dann schon, glaube ich, wichtig, dass du dann auch vorwärtskommst in so einem Gespräch und dich dann nicht irgendwie in so einem Kreis drehst. Also ich habe dann schon das Gefühl, es sollte wichtig sein, dass man auch vermittelt, die Entscheidung ist wirklich sicher. Ich bin mir sicher in dem, was ich tue und in dem, was ich jetzt machen will. Und dazu gehört, das eine zu beenden, um das andere anfangen zu können. Und da glaube ich, dass es gut ist, wenn du so Klarheit auch dann mitteilen kannst, damit der andere halt auch weiß, okay, die Sache ist wirklich zu Ende und ich muss mir jetzt hier meine Gedanken machen, wie es dann für mich auch weitergeht und so. Dass man nicht so rumstottert und einfach die Wahrheit sagt, weil man verflüchtet sich ja gerne auch in Ausreden. Kennt man ja so ein bisschen bei lapidaren Sachen jetzt bei der Arbeit so nach dem Motto, oh nee, tut mir leid, ich klappe gerade nicht so nach dem Motto. Das stimmt ja, dass man da sehr klar, das kommuniziert am besten im Best Case. Ja, und du, ich habe es so gesehen immer, wenn du klar und ehrlich irgendwas schilderst und sagst, sorry, das geht jetzt gerade nicht aus den und den Gründen, dann ist es meistens so, dass dein Gegenüber mit einem, ja, ist okay, wie kann ich dir helfen oder so antwortet. Und da braucht man meistens keine Angst vor irgendwie einer Reaktion zu haben. Und ich glaube, das sind dann auch so Sachen, wo man Sachen wieder zu sehr zergrübelt, wenn man zu stark darüber nachdenkt und sich die Frage stellt, wie könnte der Gegenüber jetzt wohl reagieren? Und dann sieht man ja, man kann es nicht wissen und man sieht auch meistens dann nur das absolut Negativste, was passieren kann. Und ich glaube, das macht selten Sinn, über die Reaktion von jemand anderem nachzudenken, die durch das passiert, was ich tue. Ja, jetzt muss ich einmal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, weil du hast mir gerade eine Steilvorlage gegeben. Stichwort nochmal grübeln. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt gerade so ein Thema ist. Das hatte ich eigentlich gar nicht geplant. Aber du hast gerade gesagt, nicht die Katastrophen ausdenken. Man sagte, glaube ich, wenn man so viel grübelt, dass man dann schon die Gedanken, vor denen man anscheinend Angst hat, katastrophisieren soll. Also sozusagen das Schlimmstmögliche ist sich ausdenken. Ich komme nur gerade darauf, weil du ja auch, glaube ich, nebenbei Psychologie studierst, Studium angefangen hast. Ein Studium ist es nicht. Es ist ein Lehrgang zur Psychologie, genau. Klar, das ist dieses Szenario, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber das sind, glaube ich, dann nicht bezogen auf die Reaktionen, die das bei anderen hervorrufen kann, sondern bei dem, was im schlimmsten Fall für mich selber passieren kann. Also welche Folgen hat das für mich selbst? Und das betrifft aber dann nicht eine Reaktion für jemand anderen. Aber da gibt es vielleicht auch unterschiedliche Modelle oder Denkweisen oder so, weil Katastrophen ausmalen, das ist dann schon natürlich, ich glaube, wenn man damit anfängt, dann würdest du nie irgendwie was machen. Ja, da würde ich nochmal einfach ansetzen. Das hat mich mal interessiert. Man könnte jetzt noch fragen und denkst du noch über die alte Beziehung nach, bla bla, aber das könnt ihr auch alles gerne. Es gibt es ja schon in der aktuellen Plattfuß-Folge mit Niklas. Da könnt ihr auch nochmal gerne reinhören. Und da wurde das auch schon so ein bisschen nochmal aufgedröselt. Niklas, du hast gerade von Trotz gesprochen. Und ich würde gerne zum zweiten Mal in diesem Podcast ein kleines Experiment machen. Und zwar meine nicht vorhandenen Vorleseskills präsentieren. Und beim ersten Mal war es was Selbstgedichtetes, heute nicht. Soll aber gar nicht wegen dich sein. Da bin ich ja mal gespannt. Und danach gucken wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Okay, schieß los. Bin ein bisschen aufgeregt, ja. Weil Vorlesen war in der Schule auch nie meine Stärke. Aber gut. Du kannst es auch auswendig vortragen und gucken, was rauskommt. Nee, das wird nix. Also. Mit 180 durch die Stadt, balancier besoffen auf dem Dach, eine Woche wach, tausend Flaschen Schnaps. Doch dann kommt die erste Freitagnacht, in der man passt. Früh ins Bett, damit man vom Samstag noch was hat. Damit fängt es an. Einfach mal ein Wochenende ganz entspannt. Easy, easy. Und dann kommt der erste Sonntagsbrunch. Der erste Pärchenurlaub. Ironisch gemeinte Spießigkeit. Anti-Eskalation pro Gemütlichkeit. Es beginnt ganz harmlos mit einem Spieleabend. Aber ändert in Gesprächen über Risiko an Lagen. Sagt dir was? Ja. Der Rest meines Lebens. Von Kummer mit Max Rabe. Ja. Ja, ist ein super Song. Ja, tatsächlich. Sehr, sehr gutes Lied. Ja, kann ich nur empfehlen, Kummer. Wir waren noch übrigens aus dem letzten Konzert in der Wuhlheide. Das war auch eigentlich, ja, war eins meiner Highlights, würde ich sagen. 2,22. Aber, warum ich dir das jetzt vorgetragen habe, jetzt fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Ich habe in der Recherche, habe ich zufällig den Song gehört und musste irgendwie an dich denken dabei. So nach dem Motto, weniger Krawall und mehr Gelassenheit. Und da habe ich mich gefragt, ob das für dich sich auch so nach dem neuen Niklas Bock anhört. Ja, also ich bin immer noch ich, so, auf jeden Fall. Aber mich interessieren andere Sachen und ich habe Lust, die Themen irgendwie anders anzusprechen als bisher. Und ich glaube, worum es ja auch in dem Lied so geht, ist, dass das, wovon man sich immer so ein bisschen gesträubt hat am Erwachsenwerden oder was einem so eigentlich widerstrebt hat, mittlerweile wirklich gut gefällt. Und dass man da so reinrutscht und so reinkommt, ohne das provoziert zu haben. Und das ist ja, also so verstehe ich das Lied und ich glaube, dann kann man es ganz gut übertragen. Also ich habe jetzt nicht so bewusst überlegt und mich hingesetzt, wie möchte ich jetzt sein und wie möchte ich, dass die Leute mich wahrnehmen und welches Bild soll der neue Niklas Bock nach außen verkörpern oder zeichnen oder sowas. Sondern es ist so meine persönliche Entwicklung, glaube ich, dass ich das jetzt so mache. Und dass das, was mir wahrscheinlich vor ein paar Jahren irgendwie noch nicht getaugt hat oder was mich noch nicht interessiert hat oder was mir so noch nicht gefallen hat, jetzt irgendwie halt wirklich, was mich wirklich interessiert und was ich auch zeitgemäß finde und so. Also womit ich mich einfach wohlfühle, wenn ich so in der Öffentlichkeit was mache. Und ich meine, meine Arbeit ist es, in der Öffentlichkeit was zu tun, Sachen zu veröffentlichen und Leute irgendwie mitzunehmen durch die Triathlon-Welt und das in unterschiedlichster Art und Weise. Und natürlich will ich dann, wenn ich auf irgendeinen veröffentlichten Button klicke, mich damit halt auch voll identifizieren können und da voll dahinter stehen. Und deswegen, weil das so ist, denke ich schon, dass das der neue Niklas Bock ist, ohne ihn erfunden zu haben. Was ja irgendwie bei so einer neuen Sache meistens auch so klingt, das ist jetzt so herbeistilisiert worden. Und das ist es nicht. Sondern es ist halt schon irgendwie der ganz normale Lauf der Dinge, dass man da vielleicht dann so ein bisschen weiterkommt oder sich die Themen verschieben und dass man dann auch anders auftritt. So, vielleicht. Ja. Zum Schluss heißt es ja auch noch so, vielleicht wird er ja auch gar nicht so scheiße, der Rest meines Lebens. Ja. Geile Zeit zum Schluss. Ja, klar, man verändert sich natürlich, was ich irgendwie cool finde, dass man dann auch zu seinen Sachen steht, die man halt gesagt hat. Und ich glaube, es gibt ja auch noch sehr, sehr viel Input von dir aus vergangenen Zeiten, sowohl textlich als auch audiovisuell. Wenn man auf YouTube schaut, findet man da auch durchaus Videos, die noch zu ganz alten Zeiten stattgefunden haben, wo du ja auch öfters schon, wo du einfach auch ja kokettierst, dass Triathlon, dass man das alles mal halb so wild nehmen soll und nicht ganz so gelassen sozusagen. Und fand ich interessant, das so mal zu sehen. Ja, also wahrscheinlich, du sprichst jetzt auf die ganz alten Videos an wahrscheinlich. Es gibt da ein Video, da ging es um einen supergeilen Triathlet zum Beispiel. Ja, ja, das war damals irgendwie so eine Edeka-Werbung oder so, wo alles so supergeile, supergeile Preise waren. Das habe ich dann so parodiert auf den Triathleten, genau. Ja, das gehört auch dazu. Und genauso gehören halt auch dazu, dass ich da in der Vergangenheit immer so Sachen dabei waren, wo ich heute sage, das würde ich nicht mehr so machen oder das würde ich so nicht mehr sagen. Da habe ich vielleicht früher anders drüber gedacht und damals war es auch genauso. Ich habe dann Sachen veröffentlicht, da stand ich damals 100 Prozent dahinter, wo ich jetzt dann teilweise die Hände über dem Kopf zusammenschlage und dachte, das hätte man vielleicht auch anders machen können oder so. Aber hätte ich damals nicht anders machen können, weil mir dafür halt auch irgendwie so die Denkweise damals dann vielleicht da noch gefehlt hat oder ich eine andere Sicht auf die Dinge einfach hatte und das ist dann ja, das bringt dann nichts, das irgendwie dann so zu zerdenken, dass man sagt, boah, hätte ich das mal anders gemacht oder irgendwie so daran zu hadern dann, sondern das halt einfach nur so zu akzeptieren, ey, in dem Moment war es okay und jetzt mache ich die Dinge, die ich mache, halt anders und hatte da aber auch jetzt, das ist dann nicht so ein YouTube-Video irgendwie mit so einer Parodie gemeint, sondern halt irgendwie andere Sachen, wo ich auch das Gefühl hatte, ich muss da hier und da nochmal irgendwie ein klärendes Gespräch suchen oder zumindest nochmal gucken, wie ist denn das Verhältnis da jetzt wirklich? Weil klar waren so manche Sachen schon sehr provokant oder so dargestellt, dass sie halt auch dann richtig stark zum Meinungsaustausch und Kritik und Interaktion geführt haben und dann nicht immer nur so, dass man den Anschluss zu einer Diskussion gegeben hat, sondern halt auch schon sehr klar, dass ich so vorgezeichnet habe, wie das Bild denn zu sein hat davon, also wie man das jetzt zu sehen hat und das war, rückwirkend war das teilweise richtig uncool, also würde ich so nicht wieder machen und hat mir trotzdem irgendwie viel beigebracht und viel daraus gelernt und auch das gehört dann irgendwie zu dem, was man halt dann so lernt in der Zeit, so womit man dann glaube ich auch trotzdem weiterkommt, wenn du halt irgendwann feststellst, dass du dich mit Sachen in der Vergangenheit dann doch nicht mehr so wohl fühlst, dann bringt dir das ja auch was für die Zukunft, weil dann weißt du genau, okay, wer macht schon gerne Dinge, die sich nicht gut anfühlen, so und dann weißt du halt genau, dass es solche Sachen sind, die du dann auch vermeiden möchtest, die du nicht mehr machen willst. Fällt dir adag da was ein, was du heute nicht mehr so veröffentlichen würdest? Also ich glaube, um einmal ein generelles Beispiel zu sagen oder so eine Richtung, sind bei so Blogs, wo es dann um Szene und so Geschehnisse geht, nicht immer so auf den ersten Impuls zu hören, also einfach nur so die erste Gefühlslage in Zeilen zu fassen und zu veröffentlichen, sondern halt doch mal noch so zwei, drei unterschiedliche Meinungen dazu einzuholen, dass man sich überhaupt mal eine Meinung bilden kann. Also meine Meinung zu Themen ist immer dadurch entstanden, durch das Gefühl, was sich dann dadurch entwickelt hat. Also wenn irgendwie was passiert ist in der Szene oder irgendwas, irgendwer hat wieder irgendwas gemacht, dann war meine Meinung oder die Reaktion darauf war immer mein Gefühl, meine Emotionen, die ich hatte. Aber das ist ja eigentlich keine Meinung, so das ist halt dann irgendwie so eine Art Ideologie. Aber Meinung hast du ja irgendwie dann auch Gründe und Argumente und Fakten und das würde ich generell in Blogs dann anders machen, also dass sie halt irgendwie auch fundierter sind und nicht nur so wortgewandter hingeschrieben. Und um es dann vielleicht an einem Beispiel festzumachen, zum Beispiel an einem Video-Statement oder so, das war Ironman Hawaii 2019 muss das gewesen sein, wo Patrick ausgestiegen ist aus dem Rennen, wo er halt dann krank war und dann beim Radfahren rechts rangefahren ist und ausgestiegen ist, wo die Kamera auch dabei war und so die erste ultimative Reaktion im Ziel, die war halt schlecht formuliert, weil wenn man sich das Video anguckt, dann drücke ich da überhaupt nicht das aus, was ich ausdrücken will, sondern es klingt halt wirklich nur wie Meckern und wie irgendwie unsachliche Kritik an Patrick und das war so gar nicht gemeint, aber das hat halt irgendwie schon zu, hat viele Wellen geschlagen, vor allen Dingen auch dann gegen die Plattform, gegen mich und so weiter. Das war aber auch okay. Das war der erste Shitstorm, könnte man sagen, oder? Das war nicht der erste, das war einer von einigen, aber das war halt einer, der mir am meisten im Sinn geblieben ist, weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe am meisten jemandem Unrecht getan damit und in dem Fall Patrick und das war schon noch was, wo wir auch nochmal drüber sprechen mussten irgendwie, weil klar war das irgendwie für mich ein Thema. Ich glaube, für mich hat das tatsächlich sogar mehr beschäftigt als Patrick dann am Ende des Tages, aber sowas halt. Also, weißt du, nicht so überschwänglich, sich für irgendeine Sache zu positionieren, nur um was gesagt zu haben, was so nach dem Mund von anderen gewachsen ist. Also erstmal nochmal zu dem Video, genau, kann ich mich sehr gut daran erinnern, auch an die Diskussion darunter, ich hatte mich auch mitbeteiligt bei den Kommentaren, kann ich so unterschreiben, wie du das jetzt gerade beschreibst, wie das da gelaufen ist, aber du hast gerade gemeint, dass man das nicht nur so schnell eloquent oder so daher schreibt. War dir das früher wichtig, dass es auch, also ist Eitelkeit auch ein Thema, sodass es einfach gut klingt auch, oder war das, ist das für dich kein Thema? Ich glaube, da ist es eher, das ist dann eher sowas wie mein eigener Anspruch, dass die Sachen, die ich mache, dann halt auch schon irgendwie entsprechend in einer vernünftigen Form sein sollen und bei Texten ist es mir halt einfach wichtig, dass die vernünftig geschrieben sind. Also ich mache auch nicht jedes, ich setze nicht jedes Zeichen richtig und ich habe auch Buchstabendreher in meinen Texten und das ärgert mich auch immer wieder, wenn ich irgendwas entdecke, aber wie man Sachen formuliert und so, das ist mir dann schon wichtig, dass das irgendwie nach, ja, dass das Spaß macht zu lesen, erstmal vielleicht dann sogar unabhängig von dem, was so drinsteckt und ob man das dann die Sichtweise teilt oder ob man damit was anfangen kann oder nicht, aber dass es erstmal ein guter Text ist. So war das gemeint. Ja, okay. Also Eitelkeit ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist eher der eigene Anspruch an die eigene Arbeit. Ja, und der ist ja oft hoch, also so geht es mir auch, daran scheitbar dann auch öfters mal. Ja, gut. Ja, Niklas, also es gibt ja, es gibt ja extrem, ich glaube, du hast es ja auch mal aufgezählt jetzt in den letzten Pushing Limit Blogs, es gibt ja extrem viele Blogs von dir und man kann sehr, sehr viel nachlesen, man kann auch viel streamen und man sieht dich in Videos. Dann habe ich mich trotzdem nochmal so gefragt, ja, wer ist denn eigentlich jetzt, wenn ich mit dir spreche, wer ist der, wir kennen uns ja jetzt nicht persönlich und viele kennen einen so oder viele kennen dich wahrscheinlich so durch die Szenen oder so nicht, aber nicht so richtig. Deswegen habe ich mich gefragt, so, wer ist Niklas Bock so hinter den Kulissen? Deswegen habe ich einfach mal random drei, vier so Fragen zusammengeschnippelt, die wahrscheinlich gar keinen Sinn ergeben, aber trotzdem würde ich dich einfach mal fragen. So, also nach dem Motto, würdest du eher sagen, dass du intro- oder extrovertiert bist und woran erkennst du das? Gute Frage. Also, ich glaube, ich bin eher introvertiert und woran ich das erkenne ist, wenn es jetzt irgendwie mal zu Anlässen kommt mit größeren Gruppen, also wo man so zusammenkommt mit anderen oder so, dann bin ich da keiner, der sich irgendwie sehr aktiv oder laut beteiligt an Gesprächen oder so. Also, wahrscheinlich, wenn man jetzt das kennt, was so von mir im Internet ist, irgendwie an Texten und an Videos und an Podcasts und man hört das so, dann würde es mich nicht wundern, wenn man das Bild davon hat, dass irgendwie ich dann immer so gerne einer Binde der Geschichten erzählt oder der so für Unterhaltung sorgt oder der andere in ein Gespräch verwickelt oder irgendwie so und das ist eigentlich überhaupt nicht so. Also, wenn ich irgendwo bin, dann höre ich gerne zu und bin auch gerne dann da und gucke mir alles an, aber bin eigentlich irgendwie so eher stiller Beobachter, aber gar nicht so aktiv Teil vom Geschehen so richtig. Und deswegen würde ich da schon sagen, dass ich jetzt, wenn es jetzt nicht gerade um was Offizielles geht, also wenn, klar, wenn ich irgendeinen Auftritt habe oder so, logisch, dass ich dann da dafür sorge, dass das auch irgendwie vorwärts geht und dass da was passiert und dass ich was zu erzählen habe oder dass jemand anderes was erzählt, weil ich ihm eine Frage stelle, wo ich auch dann wirklich sehr interessiert dran bin. Aber bei so den Sachen, die du jetzt, glaube ich, meinst mit der Frage, wie ist der normale Niklas Bock oder das, was du meinst, so mit hinter den Kulissen, da bin ich echt ruhig. Also, da bin ich echt gerne alleine und da bin ich auch gerne in Gesellschaft, aber dann nicht derjenige, der irgendwie wirklich da aktiv Konversation betreibt oder auch wenn da diskutiert wird, dann schalte ich mich da eigentlich nicht ein. Also, ich habe dann, ich merke, ich habe dann eine Meinung zu Sachen, ich denke dann auch mit und überlege auch, was ist jetzt, wie sehe ich das jetzt und was ist so meine, mein Verhältnis zu dem Thema, aber ich teile es dann echt eigentlich nicht mit. Und ja, das, so kann ich die Frage beantworten, ob ich glaube, dass ich intro- oder extrovertiert bin und woran ich das festmache. Ja, ich habe mir das so ein bisschen gedacht und damit spiegelst du so ein bisschen meine Gedanken und, also so wie es mir geht, dass man eher so am Rande des Raums steht, wenn man so in einen Raum reinkommt, statt jetzt Highlife in der Mitte sozusagen rumzutanzen. Geht es dir dann auch manchmal so, dass du so in Gruppentalks dann irgendwie dich auch verloren fühlst oder dass man das Gefühl hat irgendwie, ja, das läuft jetzt gerade ohne mich? Also du meinst, dass ich jetzt, dass ich mich überflüssig fühle? Ja, also mir geht es teilweise so, dass man, also ich sehe das, ich bemerke das ganz oft so, wenn man in Gruppen ist, dass zum Anfang ist es oft so, dass man Konservation läuft, das wird teilweise gefragt und manchmal so im Laufe des Abends des Gesprächs ebbt das so in so ein Gespräch, wo einfach nur noch jeder erzählt, ohne dass Fragen gestellt werden und dann nehme ich mich oft in solchen Situationen raus und da habe ich mich gefragt, so ob bei mir irgendwas falsch läuft, so, dass ich einfach nicht Bock habe, mehr zu erzählen oder ob das so ein gesellschaftliches Ding ist, so. Hast du das auch schon mal gemerkt? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne es dann von mir, aber wenn es irgendwo so Themen oder Gespräche oder sonst irgendwas gibt, die mich nicht interessieren oder die mich jetzt so nicht ansprechen, wo ich auch nicht gerne mithöre oder, ja, beteiligen ist eh so eine Sache für sich, aber die mich jetzt irgendwie nicht so abholen, dann geht es bei mir relativ schnell, dass ich mich so in meinen Gedanken mit was anderem beschäftige. So, ich habe dann irgendwie wirklich nicht die Aufmerksamkeit, die es so bräuchte in so ganz allgemeinen Situationen, um Teil davon zu sein. Also, keine Ahnung, wenn man jetzt auf irgendeinem, davon gab es jetzt zuletzt wenig oder es kommt ja jetzt immer wieder mehr zurück, dass es halt irgendwie feiern, feste Einladungen gibt, wo man auch mit Menschen zusammenkommt, die man halt sonst nicht kennt oder so. Dann merkt es, dass ich dann so irgendwie abdrifte, wenn mich das gerade nicht anspricht. Und dann läuft das eher so an mir vorbei. Aber ich glaube, das ist so der Gedanke, den du ja ganz zuletzt angesprochen hast, dass man sich fragt, stimmt bei mir irgendwie gerade was nicht? Das ist insofern falsch, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Es gibt halt die Menschen, die ziehen ja solche Situationen an und die mögen es total, dann da mitzureden, mitzudiskutieren. Die sind total interessiert an Menschen, die sie nicht kennen. Wo sie halt auch irgendwie überhaupt gar nichts von wissen oder die es halt auch trotzdem mögen, sich den Mittelpunkt zu stellen in einem Kreis von Menschen, wo sie die anderen überhaupt nicht kennen. Also, wo es dann aus welchen Gründen auch immer diese Leute gibt, die halt dann so aus sich rausgehen können und die auch dann die Themen lenken und die das Gespräch bestimmen und sowas. Aber dann heißt es auch nicht, dass die dann normal sind oder dass die nicht normal sind, sondern die sind einfach anders. Und das ist jetzt zum Beispiel sowas, was ich über die Psychologie-Schiene lerne, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. Und da gibt es in der Psychologie, je nachdem, wo man guckt, aber es sind so 16 Persönlichkeitstypen, die sich mit unterschiedlichen Merkmalen selbst irgendwie beschreiben, einkategorisieren können. Und wenn man dann so Persönlichkeitstests macht, dann bekommt man dann halt quasi eine Auswertung, die einem erklärt, wie man ist, wie man tickt, wie man denkt und sowas. Und da findet man dann sowas raus. Also hätte ich jetzt wahrscheinlich so einen Persönlichkeitstest nicht gemacht und hätte ich mich mit der ganzen Thematik nicht so befasst. Wird es mir jetzt wahrscheinlich auch schwieriger fallen, das selber an mir auszumachen. Bin ich jetzt introvertiert, extrovertiert? Wie reagiere ich in Situationen mit anderen Menschen und so? Das fällt mir jetzt halt vermeintlich einfach, so drüber nachzudenken, weil ich halt da so ein bisschen die Theorie kenne, aber halt auch so diesen Persönlichkeitstyp, der dann irgendwie auf mich zutrifft. Und das ist dann schon spannend irgendwie, wenn man dann so sich selbst kennenlernt. Voll, ja. Und dann stellst du dir auch die Frage nicht mehr, bin ich jetzt falsch oder ist der andere falsch oder der ist doch komisch und ich bin doch komisch, sondern das ist dann alles in Ordnung, wie es ist. Und es ist dann nur so, dass so entwickeln sich auch Sympathie und Antipathie und so finden sich Menschen und so gehen sich Menschen aus dem Weg. Und das hat ja alles was damit zu tun. Und von daher ist egal, wie man ist, wie man auftritt oder auch nicht, alles in Ordnung. Man ist halt, wie man ist. Ja, dazu fällt mir gerade noch ein letzter Gedanke jetzt zu deiner letzten Station. Wenn wir nochmal die Persönlichkeitstypen aufgreifen, dann haben wir einmal den Jan gehabt, Jan Peiniger und den Nick Stuckenborg. Aus der Ferne betrachtet, wie gesagt, ich kenne beide nicht, sind das komplett unterschiedliche Typen, mit denen du sozusagen sehr lange richtig gut ausgekommen bist und ich glaube auch hier Freunde wart. Aber es ist schon halt ein krasser Kontrast so von der Sache jetzt der Intro- und Extrovertiertheit. Würdest du, also sozusagen für dich war das auch kein, man sagt ja so, dass man eher Kraft zieht oder einen geraubt wird sozusagen mit bestimmten Menschen zu sein, weil es laute leise Menschen sind. Das war aber nie auch ein Punkt dabei. Habe ich jetzt bei der Geschichte oder bei den beiden Verbindungen irgendwie weniger drüber nachgedacht. Ich glaube, bei Jan fällt es mir schwieriger, das einzusortieren, weil er ja sich entschieden hat, da irgendwie was anderes zu machen und ich mir dann jemanden neu suchen durfte, mit dem ich das weitermache. Klar ist, beide sind unterschiedlich. Also das ist halt, wie gesagt, ich kenne ganz wenige Leute, wo ich sagen würde, die sind identisch. Das sind die gleichen Charaktere oder gleichen Typen oder sowas. Die waren beide für sich schwer in Ordnung, so wie sie waren und mit den Sachen, die sie ausgezeichnet haben. Und ich weiß auch, was du meinst damit, dass irgendwie manche Menschen einem Energie rauben können oder saugen können und andere geben einem das eher. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass wenn du viel miteinander zusammenarbeitest, dass es Sachen gibt, wo der eine den anderen nervt oder andersrum, weil er irgendwie wieder zu sehr nachfragt oder zu sehr pusht oder zu träge oder zu langsam ist. Aber das beruht dann auch auf Gegenseitigkeit. Also das gehört zu einer guten Beziehung dazu. Ja, also wie gesagt, das jetzt dann da eher in diesem Arbeitskontext. Aber ja, das ist, glaube ich, normal und dann muss man damit einfach umgehen. Lass uns zurückbiegen zu den Fragen. Würdest du sagen, dass du bei einem Konflikt eher ausweichend bist oder eher die Person, die dann nach Harmonie sucht? Harmonie weiß ich nicht. Ich bin sicherlich die Person, die den Konflikt geklärt haben möchte. Also wenn ich halt merke, es gibt ein Problem, also das wird entweder von jemand anderem an mich herangetragen oder ich habe das Problem ausgemacht, dann will ich, dass das geklärt ist. Also ich bin dann weder so, dass ich da eine Diskussion scheue oder der Sache aus dem Weg gehe oder versuche, das bloß nicht anzusprechen und ganz schnell zum nächsten Thema zu kommen, damit man da der unangenehmen Situation vielleicht ausweichen kann. Sondern schon, wenn irgendwie was gerade nicht stimmt oder so und geklärt werden muss, dass das dann auch geklärt wird und zwar so, dass es auch geklärt ist und nicht so dieses, ja, ja, ist jetzt auch in Ordnung und dann ist es doch nicht in Ordnung, sondern dass das wirklich sich so anfühlt, als wäre jetzt alles wieder klar. Das wäre der Konflikt aufgelöst. Ja, ja, okay. Und du hast geschrieben, dass du Dinge verpassen möchtest und auch öfter mal keine Meinung haben möchtest. Zwischen den Zeilen hast du das hier und da jetzt schon, glaube ich, begründet. Aber woher kommt dieser Gedanke? Ich glaube, das kommt auch daher, dass ich einerseits immer versucht habe, am Puls der Zeit zu sein, also dass ich wirklich immer versucht hatte, so überall Augen und Ohren zu haben, um so alles mitzubekommen, um auch dann schnell reagieren zu können, um auch schnell irgendwas zu sagen zu haben. Und ich glaube, dadurch, dass ich das eine ganze Zeit lang so hatte und dass mich das so getrieben hat, hat mich das auch immer mehr angestrengt und ich habe halt gemerkt, wie schwierig das ist, dem auch so zu entsprechen. Also diesem, ich weiß über alles Bescheid und ich bin Experte in möglichst vielen Dingen und habe die Szene so komplett im Blick und weiß über jede Entwicklung Bescheid und über jeden Gossip, der so gesprochen wird und sowas. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es halt eine Masse an Quellen gibt. Also ich kann halt über so viele Kanäle mich berauschen lassen von, also ich spreche jetzt da über Triathlon, weil das halt so ja meine Welt ist und das ist so das, was ich jetzt damit meine, dass man sich da von so vielen Einflüssen halt irgendwie berauschen, berieseln lassen kann, leiten lassen kann. Und da habe ich auch eine ganze Zeit lang versucht, irgendwie alles mitzubekommen und vielleicht jetzt nicht überall aktiv zu sein und irgendwie mit so zu interagieren, aber zumindest mal überall ein Auge und Ohr drauf zu haben. Also ich wusste schon überall immer, was so geht und wer was macht und so und habe auch mitbekommen, was so erscheint und wer was veröffentlicht und was als nächstes so kommt. Und das ist aber dann immer mehr geworden und das ist mittlerweile so viel, dass ich irgendwann angefangen habe, so auszusortieren und überlegt habe, was bringt mir jetzt wirklich noch was. So und das ist dann eher so eine bewusste Entscheidung, die Zeit, die ich noch habe, um mich mit Triathlon zu beschäftigen und mit Sachen, die so passieren. Muss das alles sein oder ist das eine kleine Auswahl an Quellen, die ich irgendwie noch konsumiere und das ist tatsächlich im Triathlon richtig wenig geworden. Also so viel selbst aktiv so im Triathlon-Kontext konsumiere ich da nicht mehr und führt erstaunlicherweise nicht dazu, dass ich das Gefühl hätte, ich würde wahnsinnig viel verpassen, sondern es ist halt eher so, okay, ich entscheide mich bewusst dazu, was zu hören oder was zu lesen oder was anzuschauen, aber immer mit dem Ziel, dass ich auch was erfahren will. So und ich habe halt irgendwie nicht die Zeit und auch nicht das Interesse, mich unterhalten zu lassen vom Triathlon, weißt du, also es gibt ja viel Unterhaltungskontent und es gibt viel informativen Content und im Moment suche ich halt mehr oder konsumiere mehr die Sachen, die mich informieren. Und das dann über Themen, die mich natürlich interessieren, aber mich dann unterhalten zu lassen, das liefert mir der Triathlon-Sport an sich, also so das Erlebnis, Sport zu machen und der Wettkampf da zu sein, den Leuten ins Gesicht zu gucken, die das machen und sowas, das Live-Erlebnis sozusagen. Aber mehr als das brauche ich kein Entertainment aus dem Triathlon und deswegen ist das alles so das, was bei mir dann so durchs Raster fällt und daher kommt das dann, was ich damit meinte in dem Statement, ich möchte Sachen verpassen. So ich möchte mich halt bewusst dazu entscheiden, was konsumiere ich und was nicht. Ja, also da sind wir ja auch wieder beim großen Überthema Mental Load, mentale Belastung, was man alles aufschnappt und was du schon gesagt hast, ich glaube seit 2017, 18 so ist das auch teilweise explodiert, dass auf einmal überall Sachen auch poppen, multimedial. Und ich glaube, was du gerade auch so beschreibst, ist ja dann auch, dass man das, was einem eigentlich Spaß macht, teilweise ja auch Sachen zu konsumieren, dann eigentlich zur Farce wird, weil auch gerade bedingt durch den Job dann sozusagen man das ja muss und das eigentlich zu viel ist und dann diese mentale Belastung eigentlich nur noch, ja so diese schwarze Wolke über einen stülpt und das dann komplett der Spaß verloren geht. Also so ging es mir jetzt auch teilweise schon, zum Beispiel auch bei dem Podcast hier in der ersten Stapel, wo ich mir dachte, das ist eigentlich alles viel zu viel gerade und das, was mir eigentlich Spaß macht, die Produktion hat einfach nur noch genervt, sowas, ne? Das ist ja auch so ein Thema. Ja, ich glaube, das ist, wenn du eh schon Inhalte machst und veröffentlichst, dann ist es fast noch mal schwieriger auch noch zu konsumieren. In der gleichen Suppe, in der man halt auch irgendwie schwimmt, sich auch noch dann irgendwie gut informiert zu halten, ist schwierig, finde ich. Und man kann das versuchen, das habe ich ja auch eine Zeit lang versucht und auch eine Zeit lang gemacht und geschafft, aber dann war jetzt halt so der Moment, wo ich dachte, okay, das geht nicht mehr. So, das ist zu viel, es ist zu viel, was mich nicht interessiert, es ist zu viel, was mich nicht anspricht und irgendwie will ich halt schon, dass die Zeit, die ich in irgendwas investiere, mir auch was bringt, sodass ich davon was habe. Und das ist okay, wenn die Zeit, die man reinsteckt, einen gut unterhalten soll, dann ist es voll okay, aber Unterhaltung ziehe ich mir aus anderen Bereichen, so, also so, keine Ahnung, was auch immer, aber das suche ich mir da nicht im Triathlon. Und da verteile ich die Zeit sozusagen, die ich habe, die ich reinstecken will, dann anders und das ist auch okay. Und da habe ich nicht mehr das Gefühl, ich fühle mich da weniger angetrieben oder durchgejagt durch die Szene, wie in der Vergangenheit, so. Ja, du hast gerade gesagt, wie du deine Zeit investierst, wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, ja gut, also ist jetzt nicht so spannend, aber es ist ja doch schon spannend, wenn man so, man fragt sich ja oft zu Day in the Life of a Triathlet und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele es trotzdem spannend finden, wie so dein Tagesablauf ist und gerade jetzt auch in der neuen Rolle des Machers von Triathlon Studio, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie sieht so ein Tag bei dir jetzt aktuell aus? Wahrscheinlich langweilig, also ich habe heute zum Beispiel Stunden damit verbracht, hier Briefumschläge zu stempeln und per Hand zu beschriften, weil das erste Heft dann verschickt werden muss, was ich gemacht habe. Das heißt, ich saß eigentlich den ganzen Tag hier im Keller, in meinem Büroraum, vor dem schönen holzverteffelten Schrank und habe nichts anderes getan als Musik gehört und diese Dinger zu beschriften. Das ist ja beruhigend, das ist ja wie Meditation. Ja, das ist ähnlich so, stimmt. Aber klar, da passt auf jeden Fall die Dinge. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht täglich, weil das Heft erscheint dann nur viermal im Jahr. Also wenn ich jetzt sagen müsste, wie versuche ich die Tage hinzubekommen neuerdings, neuerdings seitdem ich jetzt mich selbstständig gemacht habe, ist es schon so, dass ich mich an einer sehr, sehr klassischen Woche irgendwie orientiere. Also hier von Familienseite aus haben wir halt festgestellt, dass Tamara jemand ist, die hat das schon immer gesagt, dass sie es halt gerne hätte, dass es irgendwie sowas wie ein Wochenende gibt, also Tage, die wirklich frei sind und in denen man gemeinsam Sachen macht und auch wo man es halt mit der Family verbringt. Und dann habe ich gesagt, ja, du, entweder kann ich immer irgendwie ein bisschen arbeiten und auch immer mal wieder zwischendurch oder es gibt halt dann so, das gibt es halt nicht, also dieses so zwischendurch mal anfangen, mal aufhören und doch immer irgendwie verfügbar sein für was gemeinsam machen, das wird abgestellt. Und dann gibt es halt Arbeitszeit und wir haben uns halt für dieses Arbeitszeitmodell entschieden, dass ich arbeite von Montag bis Freitag, fange meistens irgendwie morgens so zwischen acht und halb neun an, mich ins Büro zu setzen und dann das zu tun, was gerade getan werden muss. Also es ist ja schon stellenweise vorgegeben, wenn ich irgendwie einen Podcast veröffentlichen muss oder wenn ein Newsletter rausgeschickt werden muss, dass die Sachen halt dann auch vorbereitet werden. Das heißt, da gibt es dann, ich habe jetzt nicht so einen Stundenplan, sondern ich habe halt eher so Arbeitszeit, die geht meistens halt von morgens acht, acht Uhr dreißig bis nachmittags um irgendwas zwischen vier und fünf und in der Zeit erledige ich die Dinge, die ich so zu erledigen habe. Also mich auf Podcasts vorzubereiten, Themen zu recherchieren, das nächste Heft vorzubereiten, anzuleiern und mich halt darum zu kümmern, dass der Laden so läuft. Und dass das dann, was ich mir ausgedacht habe, auch funktioniert und irgendwie auf die Straße kommt und das mache ich von Montag bis Freitag. Und irgendwann Freitagmittag sage ich, okay, jetzt ist Wochenende, dann mache ich zweieinhalb Tage Wochenende mit der Family und dann geht es montags wieder los. Ja, also ich mag mir gar nicht vorstellen, was das für ein Struggle sein muss, so ein Magazin heutzutage auf die Beine zu stellen, so mehr oder weniger ganz allein. Gut, du hast das ja auch mit Leuten gemacht, die du kennst, mit deinem Netzwerk, aber trotzdem finde ich Respekt auf jeden Fall dafür. Und dann ist es ja auch, glaube ich, so, dass viele vielleicht auch so denken, ja gut, der macht ja einen Podcast und ich kann man halt mal nebenbei aufnehmen. Aber man weiß ja auch vielleicht gar nicht, was da für eine Arbeit drinsteckt. Und vor allem finde ich halt deine Frequenz ziemlich, ziemlich sportlich. Also vielleicht kannst du es da nochmal kurz abhören. Also du machst jede Woche einen Podcast. Ja, also ich meine, du wirst aus erster Hand bestätigen können, dass Podcast machen Arbeit ist, wenn man es richtig macht. Genau, also zu dem Podcast, ich mache den wöchentlich und mir war es halt wichtig, als ich mir irgendwie überlegt habe, was soll das für ein Podcast werden, dass ich die Gespräche so vor Ort machen kann. Also, dass ich die Leute treffe. Und ich wohne halt irgendwie sehr abgeschieden im südlichsten Teil von Deutschland im Allgäu und hier kommt halt fast nie jemand hin. Sein ist es irgendwie Allgäu-Triathlon und deswegen fahre ich dann zu den Gesprächspartnern hin und bin dann meistens irgendwie zwischen zwei und vier Tagen unterwegs und mache dann Produktionen, wo ich Podcasts aufnehme. Die nehme ich dann mit nach Hause, bearbeite die hier und gucke halt, dass das dann immer donnerstags erscheint. Und da habe ich das Gefühl, das ist aber auch etwas, was ich jetzt erstmal lernen musste, dass halt so eine gute Organisation und gutes Vorausdenken und so auf jeden Fall auch da viel Druck irgendwie wegnimmt. Und so dieses Gefühl, ach, klappt das jetzt und so, sondern ich habe dann immer schon für irgendwie die nächsten drei, vier Wochen die Podcasts fertig und kann mich dann halt schon wieder um den sozusagen übernächsten Monat in der Produktion kümmern. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn Termine irgendwie noch verschoben werden oder abgesagt werden wegen irgendeiner Krankheit oder so. Das passt dann alles und da habe ich halt auch so Selbstorganisation echt, glaube ich, nochmal so einen ganz guten Schritt gemacht, was auch für die Selbstständigkeit dann spricht, wo du halt wirklich die Sachen selbst in der Hand hast, die zu machen und dich darum zu kümmern. Wenn du dich nicht darum kümmerst, kümmert sich kein anderer drum. Keiner, ja. Und ich habe gesagt, so mein Podcast erscheint jeden Donnerstag, also hat dieser Podcast jeden Donnerstag zu erscheinen und dann weiß ich die Arbeit, die dafür getan werden muss, also Vorbereitung auf die Podcasts hinzufahren, aufzunehmen, fertig zu machen, zu bearbeiten, hochzuladen, Text dazu zu schreiben und sich irgendwie um die Verbreitung zu kümmern. Und dann bist du halt, wenn du so einfach mal, habe ich es Interesse halber gemacht, wie viel Arbeitszeit in eine Podcast-Episode fließt und ich kann sagen, das sind zwei Arbeitstage, die ich dann irgendwie in eine Podcast-Episode stecke. Und da ist jetzt noch nicht mal mit eingerechnet, wenn ich irgendwo, jetzt nächste Woche fahre ich nach Hamburg, da bin ich sieben Stunden unterwegs. Das ist so diese Zeit im Zug sitzen und irgendwie andere Themen bearbeiten, ist dann da nicht mit eingerechnet, sondern wirklich so die harte Arbeitszeit für eine Podcast-Episode. Und dann mag das sein, dass es für Leute schwierig ist, zu verstehen, dass das Arbeit ist, weil nachher ja nur irgendwie 60 bis 90 Minuten rauskommen. Aber das ist relativ schnell so, dass man dieses Pensum auf der Uhr hat. Und dann muss man ja noch dazu sagen, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die das halt so sagen, ich mache das hauptberuflich. Also die Hälfte der Podcasts, die es in Trier und Deutschland gibt, die werden halt so nebenbei produziert. Und das finde ich halt auch, das finde ich schwer beachtlich. Das finde ich viel beachtlicher, wenn man es schafft, nebenbei alle zwei Wochen einen Podcast zu veröffentlichen, wie du das machst, anstatt zu sagen, okay, das ist mein Job, jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Das ist meine Arbeitszeit, die ich da reinstecke. Ich kann da untertags mich hinsetzen und daran arbeiten und muss nicht noch irgendwie einen anderen Job machen und mache das halt irgendwie dann, wenn ich gerade Zeit habe. Weil der Anspruch, der überschneidet sich, das ist ja der gleiche. Da ist der Unterschied nicht gemacht. Das ist wie mit Profitriadet sein und Hobbitriadet sein. Der eine kann sich den ganzen Tag darum kümmern, sich perfekt darauf vorzubereiten und abzuliefern. Und der andere muss aber noch irgendwie einen Vollzeitjob noch mitstemmen. Und so kann man es, glaube ich, dann ganz gut verstehen. Aber jetzt sind wir irgendwie von der Frage weggekommen. Aber das erklärt wahrscheinlich, warum so ein Podcast dann halt Arbeit sein kann, der dann wöchentlich erscheint. Ja, der große Unterschied auch jetzt bezogen auf die Analogie mit dem Profi-Dasein und dem Amateur ist ja die fehlende Regeneration. Und das habe ich auch schon gemerkt, dass man auf einmal nur noch im Machen ist. Hast du dann für dich Mechanismen geschaffen, dass man, ich weiß nicht, ob es bei dir ein Thema ist, so, dass man heutzutage immer nur produktiv ist und auch mal bewusst, da sind wir aber bei diesem Thema verpassen, auch bewusst mal Langeweile oder die nächsten vier, fünf Stunden nichts ansteht. Bekommst du das hin? Ja, also dadurch, dass ich halt wirklich mit der Arbeit anfange und aufhöre. Das hat nicht von Tag eins funktioniert, sondern dann gab es halt immer noch so dieses, dass du so nochmal eben schnell auf dem Sofa hier eine E-Mail beantwortest oder da noch eine Nachricht zurückschreibst oder irgendwie sowas. Heißt auch nicht, dass ich das jetzt gar nicht mehr mache. Das kommt schon auch noch vor, aber viel, viel seltener. Und ich kann viel besser irgendwie abschalten und sagen, okay, die Sache, da kümmere ich mich morgen drum oder das muss ich jetzt nicht fertig machen. Das reicht auch, wenn ich es morgen fertig mache, weil das erscheint eh erst in vier Wochen oder sowas. Ich habe dann so meine eigenen Deadlines, worauf ich hinarbeite. Und die kann ich erstaunlicherweise auch besser einhalten als fremde Deadlines, die einem dann irgendwie von außen gegeben werden. Und das funktioniert so ganz gut. Und auch an den Wochenenden habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich dann immer geistig eher gerade bei irgendwelchen Themen von der Arbeit bin oder so. Sondern da bin ich dann schon voll bei der Sache, wenn wir was mit der Family machen. Und klar ist es dann so, dass wenn man mal im Radio gerade irgendwie eine interessante Reportage hört, wo eine spannende Frage gestellt wurde vom Reporter, dass ich mir die dann mal abspeichere schnell in den Notizen oder sowas. Feel it, ja. Aber das sind so kleine Momente, die da die Zellen eigentlich nicht. Ja, ja. Ich habe echt Angst, wenn ich mal meinen Smartphone verliere. Da ist so die Schatzkiste sozusagen, was da alles an schnell Formulierten zwischendurch so völlig falsch geschrieben. Aber egal, Hauptsache, man hat den Gedanken abgetippt. Das läuft immer mit. Ich habe es mittlerweile umgestellt. Ich mache es eigentlich immer, wenn es geht, nicht mehr mit dem Smartphone, sondern ich schreibe es hier in so ein kleines Heftchen rein, wo ich mittlerweile einige habe. Und das ist dann zumindest mal dann immer nochmal einen Ticken bewusster gemacht als schnell nur ins Smartphone. Aber ich habe es auch noch nicht immer zur Hand. Das muss ich mir noch angewöhnen. Ja, siehst du, bei mir ist es ja der Schutzmechanismus, dass ich das in Staffeln mache. Und dann ist es sozusagen immer schön freundlich. By the way, warum der Name eigentlich? Immer schön freundlich, der Name. Ich habe halt nach einem Namen gesucht, wo nicht Triathlon drinsteckt und der auch nicht verspricht, dass es um Triathlon geht oder irgendwie sowas. Sondern ich habe halt gesagt, die Art und Weise von dem Podcast soll halt immer schön freundlich sein. Also, dass man mit dem Gegenüber immer irgendwie auf Augenhöhe ist und respektvoll umgeht. Und dass man auch dann so freundlich ist, ihn zu Hause zu besuchen, um das Gespräch aufzunehmen. Und so ist der Name entstanden. Also, dieses immer schön freundlich hat so zu den Gedanken gepasst, wie ich mir den Podcast vorgestellt habe. Die Art und Weise, wie ich den machen möchte und wie der Umgang mit den Gästen ist und sowas. Dieses immer schön freundlich impliziert für mich auch so ein bisschen, dass man sich selbst zurücknimmt. Und so, dass man dem zuhört. Genau, sowas, dass man dann eher höflich ist und freundlich ist und den anderen reden lässt. Und sagt so, ich bin interessiert und deswegen stelle ich dir freundlich meine Fragen, dass du sie auch hoffentlich ehrlich beantwortest. So ist das irgendwie das Synonym für den Podcast. Immer schön freundlich. Okay. Das ist sozusagen immer schön freundlich mit einem offenen Ende dann, oder? Was ich mir selber gefragt habe und auch bei anderen Podcasts mich frage, naja, also es wird irgendwann, ist ja alles erzählt. Oder gibt es genug Leute? Weißt du? Ja, also... Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, wenn ich jetzt... Ich habe gesagt, ich mache... Meine Selbstständigkeit ist erstmal angelegt auf ein Jahr. Also ich habe gesagt, das Ganze muss innerhalb von einem Jahr so funktionieren, dass es aus wirtschaftlicher Sicht halt auch für uns als Familie funktioniert. Dass das mein Einkommen ist als Selbstständiger. Und wenn ich da Arbeit reinstecke, dann muss die ja bezahlt sein, weil sonst muss man seine Selbstständigkeit infrage stellen. Und das heißt, dieser Podcast ist auch erstmal ausgerichtet auf dieses eine Jahr und bedeutet, ich muss ein bisschen mehr als 50 Episoden veröffentlichen. Es gibt eine ganz kleine Pause von zwei Wochen im Sommer. Das heißt, 50 Episoden muss ich jetzt innerhalb von einem Jahr veröffentlichen. Und dankenswerterweise habe ich einen Dauergast mit Sebastian Kienle. Das heißt, zwölf Episoden davon sind schon mal vergeben und es bleiben 38. Und die 38 interessanten Gesprächspartner findet man im Triathlon. Und das sind ja auch nicht nur Profis, sondern auch Trainer und andere Persönlichkeiten so aus dem Sport, wo ich finde, dass sie was zu erzählen haben. Dass man sich von denen irgendwie was abschauen kann, was Interessantes von denen lernen kann. Und die kriegt man hin. Und für Jahr zwei, das dann hoffentlich kommt, ist es sicherlich so, dass es einen neuen Dauergast geben wird. Dass es auch dann Gesprächspartner zum zweiten Mal gibt. Und natürlich kommen hoffentlich innerhalb von einem Jahr neue interessante Menschen in den Triathlon. Gleichzeitig kann es auch passieren, dass dann irgendwann mal Sportler oder Persönlichkeiten aus anderen Sportlern auftauchen. Also, dass man halt sagt, okay, es sind vier bis fünf Podcast-Episoden im Monat. Und davon ist halt eine immer mit einem Fremden, also Triathlon-Fremden-Sportler. Der aber trotzdem halt irgendwie ein Standing hat und was vermitteln kann. Und da habe ich schon überlegt, was passiert denn dann? Also, ich hatte auch überlegt, dann eine feste Besatzung irgendwie. Dass man halt sagt, man hat, man unterteilt das Jahr in vier Abschnitte. Und ein Abschnitt hat zwölf Folgen, also sowas wie Staffeln, wie du hast. Und die Gäste bleiben die gleichen. Also, ich habe zwölf Podcast-Gäste für ein Jahr. Und mit jedem Podcast werden vier, mit jedem Gast werden vier Podcasts gemacht. Und das wäre vielleicht auch ein Modell fürs zweite Jahr, dass man sich halt… So wie die Shortcuts sozusagen, ein bisschen angelehnt daran. Genau, dass du dir halt dann eher guckst, wer sind die interessanten Persönlichkeiten, was sind dann Überthemen für die einzelnen Staffeln und dann gehst du die mit denen durch. Aber das ist dann so Zukunftsmusik, aber habe ich schon auf jeden Fall bedacht. Und jetzt gerade bin ich aber dabei, für die Abonnenten so ein kleines Special noch zu produzieren mit internationalen Athleten. Also, was jetzt irgendwie nicht versprochen ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, nach fünf oder sechs Monaten gibt es nochmal eine kleine Extra-Podcast-Serie mit internationalen Gästen. Sondern das kommt dann einfach dazu. Und das halte ich aber irgendwie auch nicht für sinnvoll, das irgendwann zum Hauptthema zu machen. Sondern das bleibt dann eine schöne Überraschung, wenn das dann kommt. Weil es ist halt Englisch, es ist speziell, es ist auch nicht was für jeden. Aber es ist dann trotzdem nicht schlimm, wenn es erscheint. Also, du ärgerst dich dann nicht, wenn da plötzlich irgendwie andere Podcasts mit internationalen Gästen kommen. Von daher wird es schon irgendwie sich an dem deutschsprachigen Triathlon-Bereich weiter orientieren. Aber der Modus und so, der kann sich verändern. Nach einem Jahr. Jetzt ist es angelegt, irgendwie das zu halten, was ich für ein Jahr versprochen habe. Und dann kann der immer schön freundlich Podcasts sicherlich auch andere Aufgaben erfüllen oder einen anderen Modus einnehmen oder so. Also, mal gucken. Erst mal das erste Jahr überstehen. Ja, ja. Lass uns da gleich nochmal ganz kurz zukommen. Nochmal zu dem Studium würde mich nochmal interessieren. Quatsch, zu dem Lehrgang hast du ja gesagt. Psychologie. Hast du das deswegen auch gemacht, um eben, sage ich mal, noch mehr aus den Gesprächen herauszubekommen? Oder ist es eher so, dass sich das generell interessiert und es hat sich einfach jetzt so überschnitten? Zweiteres sowohl als auch. Also, es ist ein Bereich, der mich sehr interessiert oder für den ich dann immer irgendwie viel übrig hatte. Da habe ich halt erstmal so immer schon einfach rein Interesse halber Texte zugelesen oder Bücher zugelesen. Und dann kam das irgendwie so auf, dass ich dachte, okay, wenn ich mich da wirklich auskenne, also wenn ich nicht nur einfach so Sachen lese und die dann in dem Moment spannend finde, sondern wenn ich wirklich versuche, mir ein oberflächliches Wissen. Also, in so einem Lehrgang ist es jetzt nicht so, dass du die Tiefen der Psychologie kennenlernst, aber du entwickelst ein Verständnis dafür und nimmst auf jeden Fall mehr mit, als wenn du es nicht machen würdest. Und dadurch dann schon die Annahme, dass mir das halt hilft für Podcastgespräche, wie ich sie da führen will, also wo es ja nicht um Training und Ernährung und sowas geht und um diese ganz, um die Softskills, wenn man so will, sondern halt eher um die, um die, um die persönlichen Fähigkeiten, die man braucht dann. Und das hilft mir dann da schon und das hat dann irgendwie gut zusammengepasst, sich dem irgendwie anzunehmen und zu gucken, was es so gibt. Ich hatte dann zuerst angefangen mit einer Ausbildung zum Sportmentaltrainer, die habe ich dann nach den ersten zwei Stunden aber wieder gecancelt und beendet und habe umgeschwenkt, weil ich habe festgestellt, bei dieser Sportmentaltrainer-Ausbildung ging es darum, dass du halt irgendwann Sportmentaltrainer sein kannst. Also, dass du die Fähigkeiten besitzt, jemanden da zu coachen. Und das wollte ich halt nicht, sondern ich wollte mir halt ein Wissen irgendwie aneignen und habe halt dann mich entschieden für einen Lehrgang. Also, es ist jetzt keine Trainerausbildung mehr, sondern ein Lehrgang über Persönlichkeitspsychologie und dann ist es halt wirklich so, wie man es so ein bisschen aus der Schule kennt, sich hinsetzen, die Texte lesen, sich Sachen rausmarkieren, die aufarbeiten nochmal, bis man es dann irgendwie verinnerlicht hat und dann so seinen, 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 seinen Kenntnisstand irgendwie zu erweitern. Und, genau, wie gesagt, das hat gut zusammengepasst. Ich muss mir da keinen Zacken aus der Krone für brechen. Ja, jetzt sind wir ja hier Mitte Januar circa und jetzt sind die ersten Podcasts im Kasten. Hast du für dich schon einen Unterschied festgestellt, dass du Sachen anders angehst oder anders angehen kannst? Also, einmal ist die Vorbereitung auf die Podcasts eine ganz andere. Also, so wie ich mir Fragen ausdenke, es gibt halt immer so ein Leitthema, auf das ich hinaus möchte mit den Gästen, wo ich das Gefühl habe, dass das was ist, wozu derjenige oder diejenige was sagen kann. Auch wenn sie es vielleicht selber noch nicht weiß, sondern das ist dann vielleicht so das, was man so zwischen den Zeilen gelesen und gehört hat, wenn man sich vorher mit dem Gast beschäftigt hat. Und da einfach, ja, das Gefühl zu haben, ich gehe in das Gespräch und kenne den anderen schon so ein bisschen. Das hat sich geändert, weil vorher war es ja auch von dem Podcast, den ich da gemacht habe, viel mehr so Szene, Aktuelles beleuchten, auch da so ein bisschen drüber diskutieren, was passiert jetzt gerade, vielleicht auch Meinungsbild wiedergeben. Und das war ein Podcast, die musstest du dir eigentlich in der Woche, wo es erschienen ist, anhören oder zumindest mal in der Woche danach, weil sonst wäre das dann schon wieder so überholt gewesen. Und jetzt sind es so Podcasts, die kannst du dir halt auch zeitunabhängig anhören und haben halt eher dann so übergeordnete Themen, worüber wir uns unterhalten. Und das ist schon anders auf jeden Fall. Und das heißt nicht, dass mir das andere keinen Spaß gemacht hat. Das hat mir in dem Moment, wo ich es gemacht habe, total viel Spaß gemacht. Und jetzt macht mir das aber mehr Spaß. Also sich irgendwie mit mehr Vorlaufzeit irgendwie auf so ein Gespräch einzustimmen und so, das macht schon Bock. Und auch die Gespräche sind sau interessant für mich. Also zum Glück habe ich in dem Podcast fast keinen Redeanteil und kann mir die deswegen auch nochmal gut anhören. Achso, ist es so, dass du deine eigene Stimme nicht so hören kannst? Ich mag es nicht so gerne, irgendwie mich selbst reden zu hören. Und dadurch, dass ich da ja nur Fragen stelle, ist das nicht so schlimm, so ein paar Sekunden oder mal eine Minute hinzuhören, wenn ich irgendwas von mir gebe. Aber es ist schon so, dass ich die Podcast halt wirklich nochmal gehört habe, die ich da aufgenommen habe. Weil so im Gespräch, kennst du ja wahrscheinlich auch, du hörst die ganze Zeit irgendwie zu, hast aber auch deine Notizen, auf die du guckst, hast schon so den nächsten Gedanken für die nächste Frage. Dann wird aber doch was Interessantes gesagt, wozu du nochmal nachfragen willst. Und dann ist man selbst so ein bisschen zerstreut und kriegt immer gar nicht alles so ganz genau mit, was der andere erzählt hat. Und deswegen höre ich mir die Podcast halt gerne an, weil da immer nochmal was drinsteckt, wo ich mir dachte, ach cool, dass der oder die das erzählt hat. Habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Oder? So wie so eine fremde Podcast-Folge, die man auch jetzt erst mal hört. Genau, also ich höre die dann nicht einen Tag danach, aber wenn ich die dann so eine Woche oder zwei Wochen später mir anhöre, dann ist es halt schon so, als, klar, stellenweise kennt man es, aber zu 90 Prozent ist es wie so eine Podcast-Folge, die man selber noch nicht gehört hat. Obwohl man sie selber aufgenommen hat. Ja, das kenne ich auch. Wobei ich muss sagen, es ist auch echt, es hat sich deutlich auch verändert durch das Machen einfach wieder, muss man auch einfach wieder sagen. Da kann man sich teilweise ja auch viel anlesen. Man lernt es dann teilweise auch wirklich nur, wenn man es dann selber mal macht. Du hast gerade gesagt, dass man den Gast dann besser kennenlernt. Das ist durchaus spannend, weil ich beschäftige mich ja auch viel damit und einige Journalistinnen und Journalisten sind auch der Ansicht, finde ich auch spannend, dass sie bewusst vor einem wichtigen Termin sich ganz, ganz wenig oder sogar gar keinen Input reinholen, um sehr frei in das Gespräch zu gehen. Und bei dir ist es zum Beispiel so, dass es war jetzt so das erste Interview, wo ich mich bewusst sehr, sehr wenig mit dir auseinandergesetzt habe. Nur so aus meinen Schnipseln, was ich so in den letzten Jahren aufgegriffen habe. Klar hat man hier und da so ein bisschen geguckt. Und ich hatte mir auch bewusst mal noch gar nichts von deinem neuen Content angeguckt und reingezogen. Ich muss mir nämlich, weil, also ich werde auf jeden Fall, das ist jetzt kein Geschleim, aber auf jeden Fall auch noch das Podcast Abo lösen, war ich zum Beispiel auch sehr spannend, dass René Domke interviewt, das würde mich mal sehr interessieren. Und habe ich mir aber bewusst weniger vorbereitet. Also das ist halt auch spannend, glaube ich, zu sehen, dass man unter Umständen auch, wenn man weniger Input hat, vielleicht auch dann noch freier im Gespräch ist. Und? Ist gut oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass du halt, glaube ich, dich weniger an so einem roten Faden entlangseilen möchtest, ist es lockerer, cooler für einen selber, glaube ich. Ja, vielleicht am Ende so die Mischung macht. Also ich glaube, man muss sich dann immer natürlich so die Offenheit bewahren, dass man nicht nur eine Frage nach der anderen stellt, sondern dass man halt auch dann im Gespräch bereit ist, mal eine Frage zu opfern, die man halt nicht stellt, weil das andere Thema geradezu spannend wird, weil es sich da dann gut entwickelt. Aber es ist, also ich lade Gäste eigentlich erst dann ein oder ich lade die ja nicht ein, sondern ich versuche, die für einen Podcast zu gewinnen. Also es ist dann eher so, ich hoffe, dass sie sich bereit erklären, dass ich sie besuchen darf. Also eigentlich bin ich deren Gast und nicht andersrum. Und da ist es dann schon so, ich muss vorher schon irgendwie mir selbst sicher sein, dass ich was habe, womit ich den anderen halt auch irgendwie kriegen kann. Und dass es für den auch interessant wird, dass es nachher nicht so ist, dass der das Gefühl hat, oh, das ist jetzt aber hier irgendwie gerade Zeitvergeordnung, dass ich hier sitze. Und die Fragen sind aber echt irgendwie öde und die habe ich schon hunderttausend Mal beantwortet. Der hat sich ja offensichtlich gar keine Gedanken gemacht. Stimmt. Und von daher versuche ich da schon, die Vorbereitung irgendwie zu haben so, auch weil es mir Sicherheit gibt vor den Gesprächen, dass ich einfach so ein bisschen weiß, worauf möchte ich hinaus. Und dann aber klar zu gucken, dass das nicht so einsilbig wird, irgendwie Frage-Antwort-Spiel, sondern halt dann da auch die Sachen aufzugreifen, die gesagt werden. Das ist dann dieses Thema gut zuhören, was wird gesagt und da dann auch mal weitergehen und dann erst zurück zu den Fragen zu kommen und so. Ja, aber was ich mal spannend finden würde, wäre, einen Podcast-Gast einfach zugeschüßt dazu zu bekommen, ohne vorher zu wissen, wer ist das denn? Also, weißt du, so jemand entscheidet für mich, mit wem ich einen Podcast aufzunehmen habe, auf die Art und Weise, wie ich das mache. Und ich kann mich aber nicht darauf vorbereiten. Sondern ich muss dann halt aus meinem Wissensschatz irgendwie plötzlich überlegen, was war denn da mal und dann loslegen. Das wäre auch nochmal eine Herausforderung. Mir ist gerade eingefallen, genau sowas gab es ja schon mal bei Hotel Matze. Als Stammhörerin kennst du ja das Spiel schon, dass ich ziemlicher Fanboy von Matze Hilscher bin. Und genau so eine Situation ergab sich für seine 200. Podcast-Folge. Da kam als Überraschungsgast Harald Glöckner. Und ich kann dir sagen, ich habe mich vorher mit ihm überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Und dann ist es ja auch immer so, dass es gastabhängig ist, ob man jetzt in eine Folge reinhört. Und ich habe dem trotzdem mal eine Chance gegeben. Und ich muss sagen, obwohl ich jetzt diesen Harald Glöckner auf den ersten Moment betrachtet jetzt nicht sagen würde, ja, da will ich jetzt unbedingt alles zu wissen, war das eine der spannendsten Folgen, aufgrund, dass es eben, dass der Matze sich nicht vorbereiten konnte. Und es war spannend zu sehen, dass noch mehr diese Intimität des Gesprächs dadurch möglich wurde. teilweise so ein bisschen ungreifbar, weil der Harald Glöckner auch durchaus eine Person ist, die vieles ganz anders denkt als der Autonormalbürger, sage ich mal. Also auf jeden Fall, glaube ich, spannendes Gespräch geworden. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Dann ist mir noch ein Gedanke vor kurzem gekommen, als ich OMR-Podcast gehört hatte mit Joko Winterscheid. Und da musste ich auch so an dich wieder denken. Und da dachte ich mir irgendwie, irgendwie der Niklas Bock ist so ein bisschen der Joko Winterscheid. Da dachte ich mir so ein bisschen, ob das auch dieser Winterscheid-Effekt ist. Weil gefühlt für mich von außen betrachtet, bist du einfach so einer der bekanntesten Leute in der Szene, in der deutschen Triathlon-Szene. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ganz anders. Aber für mich fühlt es sich so an, zumindest, dass natürlich das auch ein riesengroßer Benefit ist. Damit soll jetzt gar nicht Werten klingen oder dass ich da irgendwie deinen guten Inhalt degradieren möchte. Aber ich komme auf die Frage deswegen, weil da hatte der Interviewer, der Philipp Westermeyer, den Joko Winterscheid gefragt, wie viel er denkt, wie viel Prozent des Erfolgs ist der Name. Da ging es um eine neue Show. Und der eigentliche Inhalt. Also die Show sozusagen. Ja, da konnte der Joko jetzt auch nicht so ad hoc drauf antworten. Aber es ist schon eine spannende Frage auch nicht, dass du dir ja über die Jahre sozusagen auch dieses Standing ja selbst erarbeitet hast. Dass du eben jetzt das Vertrauen, was du ja auch teilweise nicht mehr beweisen musst, hast du es an verschiedenen Stationen bewiesen, dass die Leute dann sagen, ja klar, so, probieren wir einfach. Es freut mich erst mal so zu hören, dass du das so siehst. Ja, das ist ja so. Das sage ich ja nicht als erstes so. Das, glaube ich, können ganz, ganz viele teilen aus der Szene. Also wenn es so ist, irgendwie freut mich das auf jeden Fall. Was kann ich dazu sagen? Du musst doch gar nichts dazu sagen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich da, ich versuche das jetzt nochmal irgendwie richtig zu verstehen. Also die Frage war so ein bisschen bei Joko, seine neue Show ist ein Erfolg. Und liegt das an der Show, an dem Format? Oder liegt das, weil er Joko Winterscheid ist und die Leute das eh geguckt haben wegen ihm so ein bisschen? Genau. Das war so ein bisschen eher so eine flapsig formulierte Frage von dem Philipp Westermeyer. Und da aber von der Oberfläche mal so rausgesoomt, weil es ja schon eine sehr oberflächliche Frage, ist es schon ein spannender Gedanke irgendwie, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich den Gedanken jetzt irgendwie mal zu mir rübernehme und sage, okay, das ist so. Und das, was man so macht, ist erst mal irgendwie aus der Vergangenheit dahin gekommen, dass es dann ein Erfolg wird. Dann ist es so, ja, okay, das macht vielleicht dann so einen Start einfacher. Aber ich hätte immer das Gefühl, dass ich dann das Vertrauen, was mir da entgegengebracht wird, auf jeden Fall nicht missbrauchen möchte oder so. Sondern wenn Leute sagen, okay, das, was der gemacht hat, das gefällt mir und da bin ich von Anfang an dabei, dann möchte ich dem halt auch doppelt und dreifach gerecht werden und dafür irgendwie mich auch in Zeug legen, dass sich das auch bestätigt. So, weil wir hatten das letztens noch gesagt, dass sich aus Erfolg Fallhöhe ergibt. So, das ist dann, das ist ja sowas. Weißt du, wenn ich jetzt was Gutes mache und das funktioniert und das bedeutet, ich gewinne zehn Leute oder ich gewinne das Vertrauen von zehn Leuten, weil ich ein erfolgreiches Projekt gemacht habe und die sind automatisch beim nächsten dabei, dann bringen die auch die Erwartungshaltung mit, dass das mindestens wieder so wird oder besser werden muss. Und das heißt, so mit jedem erfolgreichen Schritt, den man so geht, steigt natürlich auch die Möglichkeit, dass du irgendwie auf die Schnauze fallen kannst und die Leute dann irgendwann sagen, so, das ist es aber nicht mehr oder das finde ich jetzt aber nicht so gut wie das, was du davor gemacht hast oder sowas. Das heißt, das, was dann vielleicht auf der einen Seite so schön und einfach klingt, ist nicht automatisch das, was man sich vielleicht wünscht. Sondern am Ende ist es schon, jetzt dann für mich gesprochen, dass ich unterm Strich mit der Arbeit und dem, was ich dann liefere und biete in den Abos überzeugen möchte. Und dass eigentlich das, was ich davor gemacht habe, vielleicht den Start vereinfacht, dass Leute dann mehr hingucken, aber dass meine Vergangenheit nicht der Grund dafür ist, sich mit dem, was ich zukünftig mache, zu beschäftigen. Sobald die Leute darin sind, muss man ja trotzdem abliefern. Das ist ja ganz klar. Die Qualität muss dann auch da sein. Was würdest du sagen, jetzt so nach einem knappen Monat und ein bisschen ein paar zerquetschte Tage dazugerechnet? Also, es ist, ich finde das super spannend, ehrlich gesagt. Wir hatten uns ja auch schon mal hier und da ausgetauscht dazu. Und ich habe auch was so vernommen, dass auch gerade so Leute aus, also innerhalb der Szene, das auch irgendwie spannend mitverfolgen. Ich habe das Gefühl, teilweise auch ein bisschen mit einem knirschenden Zähn so, weil sie es vielleicht nicht glauben können oder so. Zumindest mein Eindruck. Was würdest du sagen? Also, ich habe ja auch gesagt, es ist schon, ich fand es sehr, sehr mutig, dass du das gemacht hast, dass du dich da wirklich so in die Selbstständigkeit wagst mit diesem Konzept, das total gelingen kann, bin ich fest der Meinung und auch schon ja auch in anderen Branchen teilweise Standard ist, aber eben auch noch nicht so ganz in den Köpfen drin ist. Einfach, dass eben für sehr, sehr guten Content da auch teilweise einfach mal ein paar Euro sozusagen monatlich bezahlt, weil es eben kostenlos zur Verfügung ist. Was würdest du jetzt sagen, was ist so dein Fazit so nach ein paar Wochen, wenn du es schon sagen kannst? Ja, also auf jeden Fall hat mir damals der Austausch mit dir auf jeden Fall geholfen. Also, da nochmal von jemandem das ein oder andere zu hören oder eine Frage beantwortet zu bekommen, der das schon schon länger anbietet oder zumindest mal die Plattform mit Steady halt auch kennt, worüber das Ganze läuft. das hat mir schon mal erst mal so geholfen, so ein bisschen klares Bild zu bekommen, wie funktioniert es halt einfach, so auch hier und da ein Gefühl dafür zu bekommen, weil für mich war es ja wirklich komplett neu und wie du es sagst, in anderen Branchen ist es halt gelernt, also wenn man jetzt mal guckt, irgendwie Gaming oder so oder unabhängige Medien, dann ist das da total verbreitet und gang und gäbe. Ich meine, du kannst mittlerweile fast kein Computerspiel mehr zocken, ohne noch ein Abo dazu zu haben, um es halt wirklich voll auskosten zu können. Das heißt, so gerade da ist das halt normal und im Triathlon eben nicht und dann hat mir das da geholfen, dass ich halt wusste, du machst das und kannst vielleicht hier und da schon mal ein bisschen Input geben und dann hatte ich auch irgendwie in der Nacht, bevor es losging, nochmal irgendwie um, weiß nicht, halb elf geschrieben, hast du nochmal gerade Zeit zu telefonieren, weil ich das hier nicht gebacken bekomme und musste dann in der Nacht und Nebelaktion tatsächlich das eine Steady, was ich schon fertig hatte, nochmal komplett links liegen lassen. Was ist das denn nochmal neu denn? Ich habe dann über eine Nachtschicht das quasi komplett neu hingestellt, weil ich da irgendwie vorher technisch was falsch gemacht hatte. Und das heißt, das ging gut und um jetzt die Frage zu beantworten, wie lief der Start? In den ersten drei Tagen war ich erstmal tierisch erleichtert, dass es technisch funktioniert. Also das ist jetzt, die Leute es gebacken bekommen, den Podcast. Sich anzumelden. Genau, sich anzumelden, das Abo zu lösen und dass sie es dann auch hinbekommen, so diese kleine technische Hürde, den exklusiven Podcast in die Lieblings-App zu bekommen, gebacken bekommen. Also da haben sich dann irgendwie drei, vier Leute gemeldet, das haben wir dann am Telefon geregelt und dann war gut und nachdem so diese, nachdem die Sorge weg war, hat sich die nächste Sorge breit gemacht, dass ich das Gefühl hatte, boah, hoffentlich bin ich nicht enttäuscht von der ganzen Sache. Also ich hatte jetzt nicht eine Erwartungshaltung daran, wie viele Abos will ich in den ersten Tagen irgendwie verkaufen oder wie viele Abonnenten möchte ich an Bord haben, sondern es war so, hoffentlich bin ich jetzt, wenn ich gleich da die Zahlen aktualisiere, nicht enttäuscht davon, dass es jetzt da und da erst steht. Meinst du jetzt die Hürde? Ich hatte das, genau. Also ich wollte jetzt nicht bei Steady in mein Backend reingehen und gucken, wie sind die Zahlen und ich hatte Angst vor dem Moment, dass ich möglicherweise enttäuscht sein könnte. Ich verstehe. Ich hatte aber jetzt auch nicht im Sinn, okay, wenn es über 50 Leute sind, dann bin ich nicht enttäuscht. Das hatte ich nicht. Ich wusste halt selber gar nicht, wo ist dieser, wo ist das? Kann man ja nicht, ja. Und habe dann halt abends erst reingeguckt und da waren es dann an Tag 1 199 Leute. Und dann dachte ich mir, okay, enttäuscht bin ich nicht. Und ich war aber auch nicht irgendwie überschwänglich euphorisch, sondern ich war halt erleichtert, dass es technisch funktioniert und dass Leute mitmachen. Das war so der erste Tag, wo ich dann irgendwie viel weniger aufgeregt, als ich dachte, ins Bett gegangen bin. Also ich dachte schon, dass mich das irgendwie mehr, also weiß ich nicht, mehr Adrenalin in mir herauskickt, wenn ich dann da so mich beschäftige. Und ich war einfach total erleichtert, dass es da ist, dass es funktioniert und dass die Leute irgendwie reinkommen. Und dann hast du von der Entwicklung her so einen kleinen, ich würde mal sagen, das sind so drei, vier Tage. Da kommen die Leute dazu, die sind bei allem dabei, was du so machst, glaube ich. Das sind genau die Leute, die meinst du jetzt am Anfang mit der Frage, mit diesem Joko Winterscheid-Vergleich. Die machen erst mal alles mit, was du machst und folgen dir dann dabei und gucken sich das auf jeden Fall an. Und nachdem das so irgendwie abgeabbt war, hat mich dann halt vor allen Dingen interessiert, was passiert dann in den Tagen? Sind es dann irgendwie Tage, wo dann null Leute kommen und es kommen halt wirklich nur noch dann mal hier und da neue reingetröpfelt, wenn ein neuer Podcast erscheint oder eine neue Hörprobe draußen ist? Und da war es dann tatsächlich so, was mich selber erstaunt hat, dass nach wie vor jeden Tag zwischen zwei und zehn neue Abonnenten dazukommen. Also an den Tagen, wo halt ein Podcast erscheint mit der Hörprobe, sind es dann eher die zehn Leute und an dem popeligen Dienstag, wo sonst nichts los ist, da sind es dann vielleicht eher zwei Leute. Aber es gab jetzt seit Start noch keinen Tag, an dem kein neuer Abonnent dazugekommen ist. Und das ist erst mal cool. Und kurz vor Weihnachten hat sich dann Steady gemeldet, also die, die das betreiben, und haben gesagt, hier irgendwie, du plopst die ganze Zeit auf unseren Dashboards auf und wir müssen uns mal irgendwie unterhalten. Und dann haben wir nach Weihnachten gesprochen und dann haben die mich mal irgendwie noch ein bisschen abgeholt und nochmal die Zahlen, die ich halt nur so die ganze Zeit verfolgt habe, auch nochmal erklärt, also was bedeutet das an Wachstum und wie ist jetzt meine Kurve und wie sieht die normalerweise aus bei anderen Portalen, die irgendwie laufen. Also es gibt einige Beispiele bei Steady, da gibt es ein Angebot, aber es gibt keine Nachfrage sozusagen, also da ist gar kein Zulauf drauf. Und dann gibt es aber Sachen, da sagt Steady, okay, das sind Sachen, die laufen, wo halt ein Zuwachs oder ein Zufluss da ist und ein Wachstum verzeichnet wird. Und da haben die mir dann so unterschiedliche Modelle gezeigt. Und das war halt dann schon mal so ein Moment, wo ich dachte, okay, wenn sich der Anbieter und Betreiber meldet und mich da mal abholt und mir irgendwie einen persönlichen Ansprechpartner an die Seite stellt, wo ich mich melden soll, wenn irgendwie was ist und die mir dann sofort weiterhelfen können, dann spricht das auch erstmal für die Sache. Und das hat jetzt auch schon bei zwei, drei Sachen echt geholfen, wo ich dann da den Kollegen bei Steady direkt anschreiben konnte und nicht irgendwie an eine Sammel-E-Mail-Adresse meinen Leid erstmal erklären musste, sondern der kennt das Triathlon Studio Plus, der kennt das Angebot, der kennt die Pakete und dann muss ich dem halt nicht erstmal eine Dreiviertelstunde lang erklären, was ist jetzt da eigentlich gerade Sache, sondern der kann halt direkt irgendwie mit mir an dem Problem arbeiten und das lösen. Und das ist dann natürlich cool, wenn ich dann an jemanden, der sich bei mir meldet, weil gerade irgendwas nicht funktioniert, ich kann dem sagen, ja, pass auf, ich kümmere mich drum und innerhalb von einem halben Tag ist das Problem gelöst. Dann spricht das natürlich auch dafür irgendwie und ist dann was, was mich auch zufrieden macht, wenn man dann auch da liefern kann. Und wenn die Leute dann erkennen, okay, das scheint irgendwie Hand und Fuß zu haben, der kann mir schnell helfen und das, das dann funktioniert auch alles und so. Und das sind alles so Sachen und Momente gewesen, die mir immer so gezeigt haben, okay, es ist schon der richtige Weg und jetzt sind es seit, seit gestern irgendwie über 500 Leute, die dabei sind in den Abos. Stark. Dass ich, also ich kann auch vollkommen daneben liegen, aber wenn ich jetzt sehe, in den ersten fünf Wochen waren 500 Leute da, die an Bord kommen, dann ist es bestimmt auch möglich, innerhalb von einem Jahr tausend Leute reinzubekommen. Das soll jetzt nicht vermessen klingen, oder? Die magische Grenze hattest du, glaube ich, gesagt, nicht so tausend? Genau, also ich habe halt vorher gerechnet, was braucht man an Abos, die man unter das Volk, unter das Kriere und Volk bringen muss und ich hatte halt angenommen, dass die Verteilung so ist, dass 70 Prozent in dem Podcast-Abo drin sind und 30 Prozent der Leute gehen in die höchste Stufe mit den 14 Euro, wo auch das Magazin noch dabei ist und das Webinar, dass es halt so eine 70-30-Verteilung ist und die Verteilung ist aber anders. Also das ist jetzt 40 Prozent der Leute sind in dem Podcast-Abo, 60 Prozent sind in dem Großen, das heißt, die Verteilung ist anders und ich brauche jetzt in Anführungszeichen nur 800 Leute, um an den Punkt zu kommen, zu sagen, es geht länger als ein Jahr weiter. So, dass ich halt da dann irgendwie auch wieder ein Einkommen verdiene und dass sich nicht nur das trägt, was ich da mache und irgendwie die entstehenden Kosten gedeckt bekomme mit Heft produzieren und gestalten lassen und drucken lassen und verschicken und so weiter und so fort, sondern dass man auch unterm Strich ein Einkommen hat für mich als Selbstständiger und da bin ich jetzt zuversichtlich, dass das da hinkommt, aber trotzdem gab es zwischendurch immer mal wieder so den einen Tag, wo ich dachte, klappt das wirklich und da war es die richtige Entscheidung und wäre doch vielleicht sicherer gewesen, sich einen Job zu suchen oder so. Wört aber wahrscheinlich dazu und es sind definitiv 95 Prozent der Tage, an denen ich mir sehr sicher bin, dass das die richtige Entscheidung war, den Weg so einzuschlagen, dass es immer mehr Leute verstehen, dass immer mehr Leute darauf aufmerksam werden und dass das Ganze jetzt so peu a peu weiter wachsen kann und klar, der Peak ist vorbei, aber wenn so ein stetiger Zulauf da bleibt, dann kommt früher oder später der Moment, dass es halt dann auch eine Zukunft hat und dann würde ich mich jetzt, sind es eher die Sachen, die mich beschäftigen, was ist die Zukunft vom Triathlon Studio Plus? Also jetzt habe ich immer so gedacht, okay, wie kriege ich es hin, dass es innerhalb von einem Jahr an diesen Punkt kommt und jetzt ist man schon nach zwei Monaten sozusagen dann da, was mache ich dann? ich bin jetzt eher, also das Programm für dieses Jahr ist auch safe, also daran wird sich auch nichts ändern, aber eher zu überlegen, was kann daraus mal werden? Also wie kann man das vielleicht erweitern oder wenn es halt wirklich so viele Leute schon gibt, die dieses Abo-Modell verstehen und die bereit sind irgendwie für eine Auswahl an Content oder Content-Angebot zu bezahlen, dann kann man doch vielleicht das Angebot halt auch ausbauen, das heißt nicht, dass man dann irgendwie plötzlich jeden Tag einen Podcast veröffentlicht oder so, aber vielleicht kann man Videocontent dazunehmen, dass es halt exklusive Reportagen da noch gibt oder sowas, also die dann auch nicht von mir geschnitten und gefilmt werden, aber irgendwie genau wie das Magazin konzipiert werden und herausgebracht werden im Triathlon Studio dann, das ist dann eher so Zukunftsmusik, die mir jetzt aber schon wieder anfängt Spaß zu machen, weil mir einmal das Produzieren der Inhalte, die jetzt wichtig sind, total viel Spaß macht und sich relativ leicht anfühlt und auf der anderen Seite natürlich ein Interesse da ist und Leute an Bord kommen, die dabei sein wollen und dies konsumieren möchten und sowas und dann hast du halt sowas, was sich gegenseitig befeuert und dann macht es auch Spaß, direkt an die zweiten, dritten, vierten Schritte vielleicht zu denken, die man dann hoffentlich auch gehen kann. Ja gut, ja, also die Zahlen sind ja wirklich krass phänomenal, also richtig, richtig gut. Ich hatte ja noch so überlegt, wo siehst du dich jetzt so in einem Jahr, jetzt hast du es mehr oder weniger schon beantwortet, aber da mal rausgezoomt, weil du meintest, wo ist die Zukunft des Triathlon Studio Plus, wo siehst denn du unsere mediale Berichterstattung so in einem Jahr? Ich meine, das ist ja, ich habe das Gefühl, gerade viel auch im Wandel, alle zwei Tage poppt ein neuer Triathlon Podcast auf und es wird immer alles irgendwie dezentraler, was gut ist. Aber ja, wie verfolgst du das? Also, ich finde es auch erstmal cool, dass so viel passiert. Das spricht ja erstmal dafür, dass das Leben in der Bude ist und dass der Triathlon da noch nicht irgendwie die Zeiten hinter sich hat und so, sondern im Gegenteil, dass glaube ich der Zulauf und das Interesse an dem Sport nach und nach wächst und jetzt vielleicht auch dann irgendwie nachdem Corona vorbei ist, so die Leute wieder mehr auf den Sport kommen, weil es auch wieder Events gibt und sowas. Also finde ich das erstmal gut, dass so viel passiert und wie sehe ich die mediale Zukunft? Es gibt die Sachen, die werden immer bleiben. Das ist so die klassische Berichterstattung. Die wird es im Triathlon genau wie sonst überall auch geben und daneben ist dann glaube ich eher die Frage, was ist daneben? Was meinst du mit klassischer Berichterstattung? Wenn ich jetzt überlege, was zum Beispiel Triathlon-Magazin und Trimark.de, was die machen, das ist für mich klassische Berichterstattung und das ist für mich irgendwie Triathlon-Journalismus, der sich mit der Szene und den Ereignissen und den Wettkämpfen beschäftigt und sowas. Ich glaube, das wird immer da sein, weil immer ein Interesse daran besteht und weil das auch das ist, was die allermeisten Leute erreichen wird. Und dann ist halt die Frage, was existiert dann noch irgendwie daneben? Und das wäre jetzt reine Mutmaßung, wo das irgendwie hingeht. Ich kann mir halt vorstellen, sein, dass halt so diese, also es gibt viele Sachen, die kommen und gehen. Also die, das wird auch zukünftig so sein, dass halt Podcasts kommen und die gehen auch wieder und dann kommen Portale und die gehen auch wieder und das macht es ja auch irgendwie interessant, weißt du, dass da Wandel da ist und dass sich die Sachen voneinander unterscheiden und ja, ich glaube, es bleibt abwechslungsreich so. Ja, voll. Also ich habe auch das Gefühl, dass sich immer mehr Content entwickelt für ganz verschiedene, also wir sprechen immer von uns Triathletinnen und Triathleten, aber gibt es ja, gibt es ja nicht so den einen oder die eine Triathletin und ich habe das Gefühl, dass gerade sich sehr, sehr viel so Nischen-Content entwickelt, was, ich bin ja auch im Content-Marketing beruflich unterwegs, was einfach auch so der Trend ist allgemein, dass immer mehr so dieser Nischen-Mikro-Content sich entwickelt, das gibt jetzt auch einmal auch Audio-Formate für für Kurz-Distanz-Vereine oder vielleicht gibt es irgendwie ein paar Monate auch den ersten queeren Triathleten-Podcast, so könnte ich mir auch vorstellen, also da ist gerade echt viel im Wandel oder jetzt halt mit eher zeitloseren oder jetzt gar nicht mal wertend gemeint, aber auch zeitloseren Podcast oder so, dass es eben nicht nur rein, um, sage ich mal jetzt so nach dem Motto, ja, wie hoch ist dein V2 Max, was, wie viel Coding gerade kannst du aufnehmen und welche Wettkämpfe hast du nächstes Jahr, dass das natürlich auch vollkommen berechtigt ist und Leute anspricht, aber da eben einfach eine sehr große Diversität so gerade entsteht, das ist so einfach mein Gefühl und da muss ich mich immer zügeln, auch nicht zu viel zu konsumieren, weil es ja auch immer erstmal spannend ist. Ja, also das ist tatsächlich so, ich, es gibt eigentlich jetzt wirklich, wenn ich überlege, was jetzt an, an Podcast so aufgeploppt ist, da fallen mir jetzt auch gar nicht mehr so viele ein und und tatsächlich habe ich da jetzt so neuere gar nicht mehr angefangen zu hören, also da hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt für mich, ja, es gibt schon einige, es gibt viele, es gibt richtig viele, aber das ist dann wieder das Thema, das wir auch schon hatten mit dem so aussortieren und so, weil es sind vielleicht weniger dabei, die mich angesprochen haben, aber das hat ja überhaupt keine Aussagekraft zu diesem Podcast. Voll, ja. Niklas, ich habe noch zum Abschluss drei schnelle Fragen, die nicht von mir kommen und zwar von dem Matze Hilscher, die hat er mir nicht vorgegeben, aber ich habe sein Kartenset Darf ich das Fragen gekauft und ich finde die Fragen immer sehr gut und deswegen, ich habe die mir irgendwann mal rausgesucht zum Anfang der Staffel, also ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, was es für Fragen sind, auf jeden Fall sind es immer eine Frage zu der Vergangenheit, eine Frage zu der Gegenwart und zu der Zukunft. Also stellst du die Fragen immer, sind das die gleichen Fragen in jeder Episode, die du den Gästen stellst oder sind das jetzt drei random Fragen, die du rausgezogen hast aus dem Spiel? Genau, also ich habe mir zum Anfang der Staffel habe ich mir von allen drei Kategorien so und so viele Karten rausgezogen, dann eben verdeckt sozusagen hingelegt und dann ziehe ich mir pro Folge immer eine aus dieser Kategorie raus, das heißt, so richtig genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin bereit. Ich will mal mit der gestern Frage starten, also mit der Vergangenheit sozusagen, also hier ist, dass du siehst, das sind auch Karten. Welche deiner guten Ideen haben sich als schlecht erwiesen? Das ist schwierig, das ist eine ganz schwierige Frage. Wenn ich gerade überlege, da muss man mal überlegen. Oder vielleicht auch Gedanken, wir können es ja auch weiterfassen. Ja, das sind ja Sachen, die hackst du auch eigentlich dann schnell ab. Also deswegen muss ich jetzt gerade mal nochmal so ein bisschen durchgehen. Wir können auch schon mal vorspulen und du kannst nebenbei drüber nachdenken. Ja. Können wir zum Schluss nochmal aufgreifen. Ja, ich versuche es mal so mitrattern zu lassen, weil das ist jetzt erstmal im Moment eine tricky Frage. Jetzt wäre natürlich nur doof, wenn die zweite Frage genauso schwer wird, aber wir gucken mal. Also bezogen auf die Gegenwart, welches Gefühl versuchst du zu vermeiden? Ich versuche zu vermeiden, mich so, wie heißt das Gefühl, wenn man sich nicht verzettelt? Also ich möchte nicht mich so innerlich chaotisch fühlen. Wie nennt man das Gefühl? sondern halt irgendwie klar im Kopf bleiben. Genau, also gerne irgendwie, ich möchte so Herr meiner Gedanken sein und mich nicht irgendwie so von außen überfrachtet fühlen mit Dingen, die ich zu erledigen habe oder wo ich noch Antworten schuldig bin oder irgendwas, was ich noch zu erledigen habe. Das heißt, so dieses blädes Gefühl von Ohnmacht, so, das versuche ich zu vermeiden. Also, lieber weniger zu machen, häufiger Nein zu Sachen zu sagen und Anfragen abzulehnen und sich dann lieber auf das bisschen zu konzentrieren und die Sachen dann richtig zu machen und dann auch mal froh zu sein, wenn es nichts zu tun gibt. Mensch, da bin ich ja froh, dass du bei mir zum Glück noch zugesagt hast. Okay, kommen wir zur Zukunftsfrage. Was willst du mir noch sagen? Oh, das ist aber eine interessante Frage. Das ist aber eine interessante Frage. Was will ich dir noch sagen? Dass ich es beachtlich finde, wie du da einen Podcast machst, also mit einer Idee quasi, die Staffeln und so, das wirkt, als hätte es Hand und Fuß und als hättest du dir vorher überlegt, was du da machen möchtest und nicht einfach nur, ich mache jetzt mal einen Podcast so und das sind dann, glaube ich, auch so diese Sachen, wo man dann halt beobachten kann, die kommen und gehen und ich glaube, wenn irgendwie was eine gewisse Aufmachung hat und wenn man sich das halt bei dir anschaut, wie du einen Podcast dann immer auch veröffentlichst, also mit den Slides bei Instagram und das ist halt irgendwie auch mit so einer Show und so irgendwie auch dann doch auch Liebe zum Detail gemacht ist, dann sind das Sachen, die machen mir Spaß irgendwie mitzubekommen, dass es sowas gibt und sowas. Genau. Was möchte ich dir noch sagen? Vielen Dank, also das ist schönes Feedback. Ja, sehr gerne, also es ist einfach, das möchte ich dir noch sagen, danke, dass du das machst. Vielen, vielen Dank. Ich hätte noch zwei Mini-Fragen, die noch von mir kommen, aber ist dir schon eingefallen, was du auf die gestern Frage beantworten würdest? Ja, das, stell die Frage nochmal, dann kann ich sie bestimmt auch beantworten. Ja. Welcher deiner guten Ideen haben sich als schlecht erwiesen? Eine, also, ich versuche die Frage nochmal auseinanderzunehmen. Welche meiner guten Ideen, das bedeutet ja erstmal, ich habe sie selber für gut gehalten. Genau. Weil wenn sie wirklich gut gewesen wäre, dann wäre ja auch was draus geworden. Ja. Und ich glaube, dass ein, so eine Sache, die gut gedacht, aber vielleicht dann schlecht gemacht war, so ein Moment war, wo Push-in-Limits, wo ich Push-in-Limits bekommen habe sozusagen, weil Jan Peiniger gesagt hat, er hört auf und ich dann halt auch überlegen konnte, wie kann das Ganze weitergehen. Und dann war das, glaube ich, so, dass wir waren dann viele, die gemeinsam darüber nachgedacht haben, was können wir jetzt gemeinsam machen. Also ich mit Push-in-Limits, Jan, die Triathlon-Crew und Pro Assist aus Köln und die ganzen Leute, die da irgendwie dabei waren. Und ich glaube, da haben wir alle gemeinsam zu viel erwartet von der Sache und zu viele Sachen in einen Topf geschmissen und die Sache überfrachtet. Und die hat sich im Nachhinein irgendwie als nicht machbar herausgestellt. Das wäre jetzt so was, was mir da einfällt. Wir hatten, glaube ich, alle nur gute Absichten von dem Schritt und hat aber, wie man ja sieht, irgendwie dann nicht so zusammengefunden, wie wir es uns gedacht haben. Und jetzt existiert dann doch wieder alles so für sich, wie es vorher auch war. und genau, das ist auch eine Antwort auf die Frage. Das können wir so einloggen. Ja, also Niklas, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Mir hat es, muss ich sagen, wirklich Spaß gemacht. Du warst jemand, der, wo ich mich wirklich sehr gefreut, also ich freue mich auch eigentlich alle meine Interviewpartner, Partnerinnen hier, aber ich habe mich auch sehr auf dich gefreut, auf unser Gespräch und ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. vielleicht ein bisschen anders als erwartet, ich weiß es nicht. Hat Spaß gemacht. Wie war es denn so? Hat Spaß gemacht. Ich hätte, ich bin, wenn ich irgendwo jetzt hinkomme, dann bin ich natürlich auch nicht vorbereitet und lasse mich dann irgendwie einfach darauf ein und es hat mir Spaß gemacht, deine Fragen zu beantworten und dann mal hier und da auch ein bisschen drüber nachzudenken, wie ist das denn eigentlich, weil da war schon so das eine oder andere dabei, was jetzt dann auch irgendwie neu war für mich, nochmal so drüber nachzudenken und dann direkt auch so eine Antwort drauf zu geben. Ja, das ist merkwürdig, wenn man auf einmal selbst interviewt wird und dann mal ansonsten mal, man will ja auch immer sehr, sehr gute Fragen stellen und dann merkt man erst mal selber dann, oh Gott, das ist aber, also teilweise muss man ja ganz schön nachdenken. Ja, das stimmt. Ja, es macht aber Spaß, wenn es gute Fragen sind und wenn man, das passt schon, hat schon Bock gemacht. Hast du noch deine zwei Fragen oder sind wir dadurch, dass ich die eine Frage beantworten konnte, dann eigentlich durch? Äh, genau, also das eine wäre noch gewesen, wie es gewesen wäre jetzt sozusagen, dass du mal interviewt bist, Worn bist und, ähm, ich hätte vielleicht noch so, ich habe mich selber gefragt, was denkst du eigentlich, worüber wir so heute reden? Das wäre ja noch so mein Gedanke gewesen, abschließend. Jetzt habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ähm, das ist gut. Ich habe irgendwie vorausgesetzt, dass wenn du mich zu deinem Podcast einlässt, dass du schon wissen wirst, worum es zu gehen hat. Stimmt. Mein Podcast, meine Regeln hast du, haben wir ja gesagt. Und, ähm, von daher hatte ich da gar kein, gar kein Bild im Kopf. Ja, super. Niklas, ich drücke dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen, Mobile brauche ich eigentlich gar nicht, weil es läuft ja schon richtig rund und dann, äh, haue ich auch sehr, sehr gerne nochmal den Link zu den Abo-Modellen in die Show Notes als ersten Link und dann kann sich das jeder anhören, wenn er möchte. Vielen Dank. Und da mal in das Triathlon-Studio reinzoomen und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und bis vielleicht nochmal in einem anderen Medium. Man wird sehen. Werden sehen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, was bleibt. Also es ist jetzt knapp, ja, sechs Tage her, dass wir die Folge aufgenommen haben. Eigentlich wollte ich das Outro direkt danach im Anschluss noch einsprechen, einfach um, ja, Zeit zu sparen. Aber dann musste ich unser Gespräch, ehrlich gesagt, doch erstmal nochmal verdauen und ein bisschen mir Zeit geben, das sacken zu lassen. Und ich habe mir auch nochmal im Schnitt die gesamte Folge angehört, was ich aus Zeitgründen auch nicht immer mache. Und auch beim Nachhören hat es mir nochmal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich mag Niklas unaufgeregte, reflektierte Art zu denken und auch mal, ja, einfach auch Sachen zu hinterfragen, eigene Sachen zu hinterfragen beziehungsweise auch sagen zu können, dass nicht immer alles cool war, was er vielleicht bei früheren Stationen gesagt, geschrieben, gedreht oder gedacht hat. Und für mich als Zuschauer der medialen Triathlon-Szene war es auch nochmal sehr spannend, ein paar Sachen eingeordnet zu bekommen. Beispielsweise die, ja, ich sag mal, kleineren Reibereien mit Patrick Lange oder wie es da damals dazu kam. Und auch die Story um René Domke fand ich auch nochmal sehr spannend. Gut, die haben wir jetzt hier nicht in dem Podcast beleuchtet, aber definitiv geht der Shoutout raus an Folge 6 war das, bei Immer schön freundlich. Und da haben sich Niklas und der René sehr ausgiebig und reflektiert über diese Zeiten des Sportspenners unterhalten. Fand ich persönlich sehr spannend, auch nochmal im Nachhinein einiges zu verstehen. Und wir hatten natürlich auch über Niklas' neue Reise mit dem Triathlon-Studio gesprochen und sind ja dann auch noch aufs Daily gekommen, welchen Begriff du ja hier vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gehört hast, aber vielleicht noch nicht so ganz einordnen kannst. Deswegen nochmal zwei, drei Gedanken dazu. Bei Steady können ja Leute wie Niklas und ich, neudeutsch würde man sagen, Content Creators, monatliche oder jährliche Mitgliedschaften anbieten, um so unabhängigen Journalismus möglich zu machen. Und bei Niklas sind es ja bis zu zwei Arbeitstage, bei mir ist es jetzt ein bisschen weniger, was man so pro Folge an Arbeit aufwenden muss oder beziehungsweise auch möchte und auch gerne reinsteckt. bei mir ist es ja so, dass ich mich bewusst gegen die Bezahlschranke entschieden habe. Bei Niklas ist es wiederum genau umgekehrt und ich glaube auch für seine Selbstständigkeit, dass das genau der richtige Weg ist, weil, naja, ohne Bezahlschranke, ich sehe es ja selber, ist es halt so eine Sache nicht. Ich meine, warum, und das ist auch völlig legitim, soll man für eine Sache bezahlen, die es kostenlos gibt? Das ist natürlich auch klar. Dass man damit eine Steilvorlage gibt, einfach auch nicht zu tun, ja, aber das ist auch völlig okay. Ich meine, um da mal vielleicht so einen Vergleich reinzubringen, ich gehe jetzt auch nicht demonstrieren bei Fridays for Future, aber ich sehe auch definitiv, dass es beim Klimawandel mehr Aktionismus wie solchen braucht. Also diesen Podcast hier mit einer monatlichen oder jährlichen Einmalspende zu unterstützen, ist eher so eine, ich würde sagen, größer gedachte Tat, als dass es zum Beispiel bei Niklas ist, wo es ja wirklich um die Existenz geht, weil die Brötchen ja mit irgendwas verdient werden müssen. Das ist also ja auch ein sehr, sehr mudiger Schritt gewesen, das habe ich ja auch gesagt und finde es auch total klasse, dass Niklas das jetzt so angegangen ist. Also das nochmal dazu, das sind natürlich Sachen, die einen selber beschäftigen. Unabhängig davon fand ich es ein sehr spannendes Gespräch, da wiederhole ich mich auch gerne. Und ich würde sagen, damit war es das jetzt genug an Deep Talk für heute. In der nächsten Folge reisen wir gedanklich wieder nach Rot. Die zweite Therapiesitzung mit Alex steht an und damit bleibt nur noch eins zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag, gutes Training, stabilen Progress in der Leistungskurve, bleib gesund und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.